Hallo und willkommen zu GADNEXT, dem deutschen Basel-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basel-Spiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag und der wird präsentiert natürlich von Manscaped.com. Gestern kam eine witzige Mail über Instagram rein. Ich glaube, es war eine Schwester von einem Bruder, die mir geschrieben hat, und hat gesagt, hey, mein Bruder wünscht sich einen Rasierer und er meinte, es ist unglaublich wichtig, dass dein Code angegeben wird. Wie ist denn bitte dein Code? Konnte ich helfen, der Code war NEXT20, NEXT20. Und ich denke, jetzt kriegt ein beneinswerter Bruder wahrscheinlich, weiß nicht, den Lawnmower 5.0, den Beardhatcher vielleicht auch nur, obwohl ich denke, man muss ja auch nicht immer die teuren Geschenke machen. Vielleicht ist es aber nur in Anführungszeichen dann der Weed Wacker 2.0. Das gibt es alles bei Manscaped. Und ich weiß, Weihnachten wünscht man sich eigentlich Sachen, die man so auspackt und denkt, wow, okay, nice, cool. Ich habe mir selber zum Beispiel jetzt noch was geschenkt, so zu Weihnachten hier fürs Büro, so einen kleinen Lautsprecher. Na, nochmal ein bisschen Musik, ein bisschen feiner hören zu können. Aber am Ende des Tages, das kann man auch nicht von jedem erwarten, dass der so weiß, was man selber so gerne möchte. Und wenn es dann sowas ist wie Manscaped, dann denke ich, kann man durchaus sehr, sehr zufrieden sein. Weil das sind auch die Marktführer in ihrem Segment, das sind geile Produkte. Und wenn ihr jetzt auch gar nichts wisst, was ihr wollt, weil ihr sonst denkt, ich mache mir die Geschenke selber und es ist euch ein bisschen peinlich zu sagen, gib mir einfach schnöden Mammon, straight Cash, Homie. Dann sagt doch vielleicht Manscaped.com, ist es vielleicht ein bisschen schwierig noch, obwohl, kommt bestimmt noch an vor Weihnachten. Ich weiß aber nicht, kann ich die Hand nicht für ins Feuer legen, denn wir haben gerade selber, machen inzwischen selber die Erfahrung wieder hiermit gleich, kommen wir gleich noch zu, dass die Post ja stellenweise auch 10 Tage braucht. Aber probiert es doch gerne. Auch vielleicht gleich direkt heute, macht doch kurz aus, sagt, hey, Mama, Papa, Freundin, Freund, wie wärst du mit dem Lawnmore 5.0? Also checkt es mal aus, sind eine Menge Sachen dabei auf der Seite Manscaped.com. Mit dem Next20-Code kriegt ihr eben 20% Free Shipping, 30 Tage Geld zurück Garantie. Und ihr helft den kleinen Programm hier, das ist auch nicht schlecht. Kommen wir, bevor es zu den Fragen der Woche geht, einmal hier zum Magazin des Quarters oder des Quartals, wie, glaube ich, Steuerberater sagen. 1992 ist auf dem Weg zu euch, vielleicht ist es auch schon da, aber weil ich heute noch nichts gesehen habe auf Twitter oder so, habe ich noch nie mal ein Happy Mac Day gewünscht. Bei mir kam es gestern an von DPD und Marc, der Grafiker hat mir, unser Grafiker hat mir aber gesagt, nee, das ist auch schon in der Post, laut A und O heißen die, ich glaube, das kann ich sagen, oder? Das ist der Versanddienstleister, den wir damit beauftragen, eben die 5.000, 6.000 Hefte, je nachdem, rauszuschicken in einem Schwung. Und wie gesagt, mein 1992er ist da, mit dem Cover und dem Backcover, beides exklusiv angefertigt für uns, von Florian F. Ich sage direkt ein bisschen an Instagram-Ding, fvh-art, da findet ihr seine Arbeit, könnt ihr auch selber Sachen in Auftrag geben. Das sind einfach auch, jetzt beim Durchbettern, manchmal muss ich sagen, denke ich immer so, war alles so gut, wenn man es abgegeben hat, dann kommen einem noch tausend Gedanken, noch so, ah, hätte man das noch besser machen müssen, können, wollen. Und dann gucke ich es mir an und gucke mir halt auch zum Beispiel solche Artikel an, wie den jetzt hier über quasi die besten Spieler damals, 92 bei Olympia, die nicht beim Dream Team mit dabei waren. Und ich denke so, ja Mann, ey, das sind einfach gute Storys. Wir haben hier Miguel, der Kollege dort, geschätzter Kollege, ich sage schon sehr, sehr oft neben ihm bei NBA Finals oder bei All-Star Weekends, der war damals dabei beim Best Game No One Ever Saw, bei diesem Trainingsspiel, der vom Dream Team, der berichtet darüber. Wir haben natürlich eine große Dream Team-Geschichte, wir haben ein wahnsinnig geiles Foto und einen geilen Aufmacher hier in der Story über Derek Coleman, die auch sehr überraschend eine Wendung nimmt am Ende. Wir haben über die, in der Samenschaft von Jugoslawien einen Artikel geschrieben, Ole Frex hat das gemacht, die damals ja bei Olympia nicht antreten kann, aufgrund des Balkankrieges. Wir haben so viele verschiedene Sachen drin. Wir haben Falk Schach dabei, der einen Long Read gemacht hat, über das Hip-Hop-Jahr 1992, was er mit ihm gemacht hat. Ich persönlich habe mir einen kleinen Traum erfüllt, dass ich, ich weiß nicht, sechs, acht, zwei, vier, sechs, acht, oh, ich habe wohl zehn Seiten über diesen kleinen Hollywood-Film geschrieben. Also es sind eine Menge Sachen dabei, wenn ihr es noch bestellen wollt und vielleicht auch noch haben wollt vor den Feiertagen oder vor zwischen den Tagen, die irgendwie auch bei vielen Freitage sind, könnt ihr es jetzt bestellen, dann geht es auch innerhalb von ein, zwei Tagen raus und dann sind wir alle darauf angewiesen, dass die Post das gestemmt bekommt, trotz der angespannten Personallage und des hohen Volumens. Aber würde mich freuen, wenn das was für euch ist. Vielleicht mal auch ein Hinweis, weil gestern Jan noch mal meinte, dass die Ausgabe davor, also unsere siebte Ausgabe, war jetzt wirklich die zweitmeistverkaufte aller Gut Next Magazine-Zeiten. Ist aber gerade erst das zweite Jahr, das wir beenden, aber das ist natürlich geil, dass wir da auch immer weitergehen. Und wenn ihr ein Abo mitnehmen wollt, findet ihr auch bei gutnextmag.de-shop. Aber kommen wir zu euren Fragen. Manuel Kunz, mit der größten News der Woche und dem größten Aufreger der Woche auch, er möchte wissen, mich würde mal deine Meinung zu Draymond Green interessieren. Ich habe das Gefühl, dass die Liga an ihm ein Exempel statuieren wird und ihn mindestens zehn Spiele plus rausnimmt. Was hältst du für angemessen? Jetzt müssen wir ein bisschen ausholen. Ihr habt mitbekommen, die Szene von Draymond Green und Jusuf Nurkic vor ein paar Tagen, ich glaube, das war eine Einwurfsituation, wenn ich mich richtig erinnere, auf der linken Seite aus Ballsicht. Und er will sie irgendwie freimachen Richtung Einwurf. Nurkic hält ihn so ein bisschen an der Hüfte unten fest. Und Green merkt das, dreht sich raus und schleudert den Arm nach vorne und trifft Nurkic halt voll im Gesicht. Nicht mit der Faust, nicht mit dem Ellenbogen, sondern mit dem Arm. Natürlich fliegt er gerechterweise auch raus. Flagrant 2, da braucht man dann eigentlich auch kein Replay. Geht danach auf die Presskonferenz und sagt, ja, ihr kennt mich, ich bin nicht jemand, der sich für Sachen entschuldigt, die er absichtlich gemacht hat. Aber in dem Fall möchte ich mich entschuldigen, denn das war keine Absicht. Ich wollte den Call, obwohl ich kein Flopper bin, ich wollte den Call, den Refs verkaufen, dass ich da festgehalten werde. Deswegen drehe ich mich raus. Und ich bin aber auch nicht so ein Puncher, dass ich mich 63 Grad drehen kann. Und so genau bin ich nicht, dass ich dann auch den Mann treffe. Das war einfach ein Unfall. Beim ersten, zweiten und dritten Hören denkt man sich so, boah, ja, ich weiß schon, wo du herkommst. Und natürlich war dieser Griff dort unten hin, war dann der Auslöser von dieser Geschichte. Aber jetzt davon zu sprechen, dass es ein klarer Unfall war und dass es einfach Pech war, das ist schon schwer nachvollziehbar. Also ich glaube, das ist so eine Aussage vor Gericht in den USA. Da glauben die die Geschworenen nicht unbedingt. Und nachdem das passiert war, hat natürlich die gesamte NBA-Kommentatorenwelt in den USA, aber auch natürlich in Europa auch gewartet, okay, also was passiert jetzt mit ihm? Wir erinnern uns, es gab ja eine Geschichte mit Ruy Gobert, das war gar nicht so lange her, dass das war. Da wurde er dann gesperrt. Für, was waren es? Fünf Spiele, glaube ich? Acht Spiele? Irgendwie sowas. Auch wenn es gar nicht so lange her ist. Ich habe schon mal nicht wirklich im Kopf. Da war so viel Zahlen rumgehend. Naja, jetzt wurde er da gesperrt. Und man muss sich natürlich fragen, okay, was passiert jetzt dann direkt danach? Also du musst ja eigentlich bei solchen Strafen auch gucken, was davor passiert ist. Dass er das letzte Mal so lang gesperrt wurde, wurde auch begründet von Joe Dumas, unter anderem, der dafür zuständiger eigentlich ist, als VP of Bass Operations der NBA. Und es war klar, dass damals die Vorgeschichte von Draymond Green, zum Beispiel das Auf-die-Brust-Steigen von Demandos Sabonis in den vergangenen Playoffs gegen Sacramento, ihn natürlich vielleicht auch den Tritt gegen Steven Adams damals in den Playoffs, diese Geschichte mit LeBron James in den Finals. Und da hatten damals, okay, wir greifen höher ins Strafenregal, als wir das normalerweise tun würden. Bei einem anderen Spieler, aber bei einem Spieler wie Draymond Green mit seiner Vorgeschichte, da gibt es dann mehr Spiele. Und deshalb waren wir allen gespannt, was macht die NBA jetzt? Es gab viele Kompetenatoren, die auch gesagt haben, okay, das ist eigentlich jetzt kein Fall mehr für Joe Dumas, auch weil es persönliche Beziehungen gibt. Der Sohn von Joe Dumas und Draymond Green sind seit Jahren sehr, sehr gut befreundet. Joe Dumas und Draymond Green kennen sich natürlich auch sehr, sehr gut dadurch. Und Joe Dumas, so eine Art federlicher Freund auch für Draymond Green. Deswegen gab es auch Stimmen, die gesagt haben, also das darf eigentlich nicht Dumas entscheiden, das muss eigentlich Adam Silver dann von oben, der muss da involviert sein, mal schauen, was dann passiert. Und natürlich, der erste Reflex war, es muss mehr sein als beim letzten Mal. Und ich habe ja auch mal gefragt, euch auf Twitter, was denkt ihr? Und das war, glaube ich, ein Drittel, Drittel, Drittel. Also ein Drittel haben gesagt, das muss, glaube ich, über 10 Spiele werden oder über 20 Spiele, Drittel haben sagt 10, Drittel haben sagt 5. Aber es war auch oft zu lesen, naja, der braucht jetzt erstmal einen Denkzettel. Zum Beispiel Timbo habe ich mal rausgesucht. Was genau stimmt mit Draymond nicht? Die Situation mit Nurkic war auch total harmlos. Wie kann man da bitte so austicken? Für mich gehört der langsam mal 15 bis 20 Spiele gesperrt. Und das habe ich mir natürlich auch überlegt, bevor dann das Urteil, sage ich mal, kam. Und ich hatte es aber auch letztes Mal schon gesagt, dass ich mir dachte, ich weiß nicht, ob eine Erhöhung des Strafmaßes unbedingt da hilft. Weil, das haben wir jetzt ja auch wieder gesehen, also jetzt zu glauben, dass das eine Strafe und das Geld, und ich habe irgendwo jetzt gelesen, das ist ja, glaube ich, drei Millionen bisher schon seiner Karriere an Strafen für solche, ne, Rausschmisse und dann Sperren gezahlt hat. Das scheint ja nicht anzukommen. Ich will nicht mal sagen, dass das nicht reicht. Und ich meine nicht, im Sinne von, das kommt nicht an, dass es dem scheißegal ist, sondern ich habe das ja auch nach dem letzten Mal mit Gobert getweetet, dass ich geschrieben habe, ey, ich habe da irgendwie ein ungutes Gefühl bei. Als ob da noch was passiert, was Schlimmeres passiert. Das ist Gott sei Dank nicht schlimmer gewesen, aber es ist direkt wieder passiert. Und die Frage ist halt wirklich, und die lange Präambel macht gleich Sinn, woher kommt das? Und was kann man tun, damit das aufhört? Und ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich sage es auch gerne diesmal wieder, und das Urteil, was dann jetzt kam, zeigt mir auch, und ich habe auch gestern Joe Dumas darüber sprechen hören, der das auch so erklärt, dass das Strafmaß an sich eben nicht die Lösung sein kann. Also das ist nicht, dass man jetzt sagt, okay, der checkt es halt nicht, hier sind deine 20 Spiele, und damit geht ihr Geld flöten. Dein Team hat damit ganz, ganz großen Schaden erlitten. Daraus lernst du jetzt. Da ist man sich übereingekommen, Liga, Spielergewerkschaft, das ganz, ganz wichtig ist, Verein, ich weiß nicht, wie war Draymond Green da involviert, weil ich denke mal eher weniger, dass man sagt, okay, es geht nicht um die Länge der Sperre. Es geht auch nicht darum, das ist ein Konzept der Frage von Manuel, hier ein Exempel zu statuieren. Das wäre leicht gewesen. 25 Spiele, boom. Da hätte man sich danach das Maul zerreißen können, bei Sports Talk Radio in USA etc. Die NBA wäre fein raus gewesen. Harte Linie, feiern ja viele Warriors-Fans, hätte es vielleicht nicht so gefeiert, aber die hätten ordentlich viele Argumente gehabt, zu sagen, hätte das denn so hart sein müssen? Nein, die Liga, und Sergio Dumas fand ich gestern sehr, sehr eloquent, bei ESPN erklärt, und heute auch, glaube ich, heute Nacht war das Steve Kerr. Allen Beteiligten geht es jetzt darum, eben wirklich eine Verbesserung bei Draymond Green zu erreichen, aber eben nicht über eine Sanktion, nicht über die Strafe, sondern darüber, was diese Suspendierung, und das war ja das Urteil, Suspendierung auf unbestimmte Zeit, also er ist raus bis auf weiteres, da ist keine Anzahl von Spielen, die da genannt wurde, dass ihm das den Raum geben soll, das zu tun, was er eigentlich letztes Mal auch schon gesagt hatte, er würde an sich arbeiten wollen, er würde versuchen wollen, dass diese Impulse, die dort passieren, dass er so, wie man das nennt, austickt, überreagiert, dass das jetzt nicht mehr passiert. Und das ist natürlich, muss man sagen, ein super lobenswerter und auch ein sehr progressiver Ansatz der NBA. Da, finde ich, zeigt sich auch, dass Adam Silver, was das angeht, ein sehr progressiver Commissioner ist, der eben auch wirklich beide Seiten sieht, nicht nur dieses, oh, das ist ein sehr prominenter Spieler bei einem sehr, sehr beliebten Team, so wie der sich gerade verhält, das schadet uns als Liga, das schadet uns, zum Beispiel bei den TV-Verhandlungen, das schadet uns generell, bei Werbepartnern, die vielleicht sagen, also wenn das alle paar Wochen da passiert, warum soll ich da ein Geld investieren, dann kann ich gleich zum Eishockey gehen. Sondern dass er auch sagt, hey, das ist ein verdienter Spieler, das ist ja eigentlich auch ein intelligenter Kopf, da gibt es ja augenscheinlich ein Problem, das sollte man vielleicht in den Griff bekommen, um dem Menschen Draymond Green zu helfen. Und das hat heute, glaube ich, auch Steve Kerr sehr eloquent in Worte gefasst, als er gesagt hat, naja, es geht um den Typen, der Jordan Poole geschlagen hat, es geht um den Typen, der Rudi Gobert gewirkt hat und um den Typen, der jetzt Yusuf Nucic geschlagen hat, dem müssen wir helfen. Der braucht Hilfe. Und dadurch, dass man sich sagt, das sind fünf Spiele oder das sind acht Spiele, hat man jetzt einfach einen Rahmen gesteckt, wo man nicht weiß, wie groß der ist, wo halt Draymond Green in Zusammenarbeit mit seiner Gewerkschaft, mit seinem Agenten, aber auch mit der Gewerkschaft, da ist ja André Godala jetzt sehr involviert, der ihn ja auch noch kennt als Mitspieler in Golden State. Da muss man jetzt gucken, doch mit dem Team, wie kriegt er die Hilfe, die er bekommen muss. Und spannenderweise habe ich vorhin zum Mittagessen, gucke ich manchmal so zu Jimmy Kimmel, die Monologe und so, und der hatte dann gesagt, dass es wohl auf Netflix oder auf Amazon, ich weiß gar nicht, ich habe es jetzt nicht so schnell nachgucken können, gibt es halt wohl, ja, wie hieß das, The Sessions, also es gab wohl da so eine, ich weiß nicht, ob es nur ein Teil war oder mehrere Teile, jedenfalls mit Draymond Green so Meditation, weil er wohl genau diese Momente mit Meditation in den Griff kriegen wollte. Da gibt es wohl eine Doku drüber, also ganz komisch. Und der Witz war bei Jimmy Kimmel, naja, wir wissen nicht viel über diese Serie, aber wir wissen eins, das hat ja nicht geholfen so. Aber das war ja irgendwie humorisch gemeint, das ist ja eigentlich kein humoriges Thema, sondern da geht es jetzt um jemanden, der durchaus psychische Probleme hat, er hat ja auch wohl gesagt, jetzt im Nachhinein, glaube ich, zu Ramona Shelburne, in diesen Momenten, wie er es ausdrückte, wie mit der Sache mit Rudi Gobert, dann ist das Zitat bei ihm irgendwie, in diesen Momenten weißt du nicht, wie spät es ist. Und ich lese da rein, so nach dem Motto, du weißt gar nicht, wo du bist, ich weiß nicht, wo ich bin, ich weiß nicht, dass wir gerade Basketball spielen, ich weiß nur, das muss jetzt gemacht werden, das mache ich. Und das weist ja auch darauf hin, dass man kann das immer dieses Austicken nennen oder da hakt was aus, das ist ja eigentlich immer so salopp dahingesagt, aber was am Ende ja bleibt und was das Problem ja halt ist, dass es da augenscheinlich bei einem Menschen im Kopf keinen Mechanismus mehr gibt, der ihn irgendwie zurückhält. Also nicht so, dass er jetzt da, weiß ich nicht, Rudi Gobert zu Tode gewirkt hätte, das denke ich, wäre nicht passiert, da gibt es sicherlich auch noch eine Grenze irgendwo, aber das ist ja halt diese klare Grenze, was noch Sportsmanlike ist, wie der auch in Kanada das nennt, was ein Basketballplay ist, dass er die dann einfach komplett überschreitet und zum Beispiel diesen Griff jetzt an die Hüfte, dass er dann so heftig reagiert und auch jetzt mitten im Spiel ja, also nicht, dass er es hochgeschaukelt hätte über mehrere Viertel, das zeigt ja, dass da einfach irgendwo einfach eine Hemmschwelle fehlt, die bei vielen anderen einfach da ist und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man das mal runter bricht, so auf das eigene Leben, es gibt ja, ich denke, ich spreche für jeden, wenn es bei euch nicht so ist und ihr es gar nicht kennt, okay, cool, also perfekt. Ich kannte das früher auch nicht, aber ich kenne das jetzt, dass es manchmal Sachen gibt, die, also früher hätte man das überhaupt gar nicht irgendwie tangiert, wenn, keine Ahnung, irgendeine Kleinigkeit schiefläuft. Aber mir ist jetzt so, das stellen wir so heutzutage, wenn Kleinigkeit schiefläuft, ich habe immer gesagt, so fuck, irgendwie, dann weiß ich nicht, also ich schlage da niemanden oder so, auf gar keinen Fall, aber ich reagiere halt heftiger, als ich das früher gemacht habe, aus welchen Gründen auch immer, ob sich da stressmäßig was aufgebaut hat, kein Plan. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so eins zu eins das ist, wenn die Psychologen zuhören, vielleicht können die mir das ja mal schreiben, was man vielleicht da vermutet bei Draymond, aber ich glaube, so gewisse Impulskontrolle, die kann man auch im Kleinen schon verlieren und das ist dann vielleicht auch was ähnliches, wie es bei ihm da halt ist. Nur, was weiß ich, wenn man jetzt einfach seinen Bildschirm anschreit, dann ist man damit alleine und egal, oder wenn man auf der Arbeit irgendwie aufbrausen irgendeine Anfrage reagiert, aber bei ihm ist es halt sehr publik und alle sehen das. Von daher, natürlich kann man jetzt sagen, das ist im Endeffekt ein Exempel, die nehmen jetzt ganz, ganz lange raus, aber das wird es nicht sein. Da bin ich mir zu 99,9% sicher, weil die NBA hat genau die richtigen Worte gefunden, Steve Kerr hat das gemacht, ich denke auch bei Draymond Green in seinem Camp, wie gesagt bei Klatsch, die werden jetzt auch schauen, wo kriegen sie die bestmögliche Hilfe her, weil es bringt ja niemanden weiter, wenn das nochmal passiert. Und ein Exempel zu statuieren, das ist so, wie soll ich das sagen, das ist die lowest hanging fruit, das ist das Erste, was man denkt, ah komm, den bestrafen wir so hart, wie es geht, der muss das lernen. Aber das war die Sache, die ich auch gelernt habe, als ich mich dann so ein bisschen auseinandergesetzt habe, als älterer Vater, was macht man eigentlich mit Kindern, wie redet man denn mit denen? Ich sage nicht, dass Draymond Green ein Kind ist, aber wenn man sich ein bisschen beschäftigt, dann merkt man ja auch bei Kindern, ist es ja auch so, dass dieser erste Impuls, den man als gestresstes Elternteil hat, jetzt bestrafe ich das Kind mal, weil er das lernt, ist eigentlich nicht der richtige Ansatz und das wäre es hier jetzt auch nicht. Und vielleicht noch mal so eine Frage von Timbo, wie kann man da so austicken? Ja, augenscheinlich hat er ein psychologisches Problem. Ich weiß immer noch, ich weiß, es geht mir auch immer, ich komme mir immer komisch vor, wenn ich über sowas spreche, weil ich da auch nicht wirklich viel Ahnung von habe. Und ich denke auch manchmal, er macht mich da nicht zu große Ausreden, aber es ist einfach so, dass es ein Problem gibt. Und ich denke nicht, dass Draymond Green aus Spaß diese Aussätze halt hat. Und man hofft aber jetzt, ich hoffe es zumindest, ich denke, euch geht es vielleicht auch ähnlich, dass er jetzt die Hilfe bekommt, ob es Anti-Aggressionstraining ist. König Purgis hat zum Beispiel gesagt, er hat das ja auch machen müssen, dass er meinte, ey, der erste Schritt ist ja erst mal nicht zu realisieren und zuzugeben. Ja, ich habe da ein Problem. Und an dem Punkt ist Draymond noch nicht. Wenn er den erst mal genommen hat, den ersten Schritt, dann ist da schon viel passiert und dann geht es weiter. Stefan Jena hat auch noch eine Frage dazu. Was bedeutet Draymonds Sperre auf unbestimmte Zeit in der Praxis? Ja, das ist wirklich eine interessante Frage, weil man muss sich ja fragen, okay, wenn es jetzt auf unbestimmte Zeit ist, diese Sperre, was ist denn das Kriterium für eine Aussetzung dann der Sperre, für das Ende? Da bin ich ehrlich gesagt überfragt, weil man kann ja eigentlich, ohne dass man jetzt Basketball spielt und einfach auch Stresssituationen ganz normal bewältigt und da halt niemand wirkt oder schlägt oder sonst was macht, solange das nicht zeigt auf dem Feld, wissen wir ja alle nicht, ob das funktioniert hat. Braucht er jetzt psychologisches Gutachten bevor er wieder spielen darf? Muss er sich unterhalten oder muss er irgendwelche Programme, wie gesagt, Anti-Aggressionstraining oder sowas von der Liga jetzt vorgeschrieben ist? Können das die Warriors mit ihm regeln? Am Ende des Tages, denke ich, läuft es darauf hinaus, dass man dann einfach Vertrauen haben muss, vielleicht auch in den professionellen Psychologen, der nochmal sich mit ihm unterhält, um halt dann ein Urteil zu fällen und zu sagen, okay, das reicht uns jetzt, wir haben mit dir gesprochen, wir sehen, da ist eine Verbesserung eingetreten und wir wollen ja auch, dass du zeigst, dass es besser wird, aber ob es dann besser geworden ist oder nicht, das wissen wir ja alle nicht. Und die ganze Zeit, seit das passiert ist, denke ich immer an Ron Artest schrägstrich Matterworldpeace, wenn ihr euch erinnert damals, der dann auch mal nach dem Titel mit dem Laker sagte, ich danke meiner Psychologin, der ja auch zwischendurch einfach kranke Aussätze hatte, wenn ihr euch erinnert, an den Ellenbogen gegen James Harden zum Beispiel damals in den Playoffs, auch da dachte man, das ist wieder okay und das ist gut und dann war es das halt nicht und dann war es immer wieder gut. Also ich bin echt gespannt und ich glaube, wir sollten uns alle wünschen, dass es da nicht schnell, schnell ist, also im Sinne von nicht, dass jetzt drei Tage wieder spielen, sondern dass es schnellstmöglich so ist, dass er dieses Problem in den Griff bekommt, denn das ist augenscheinlich irgendwas Mentales, psychologisch ist und man kann ihnen, glaube ich, auch nicht genug Glück dafür wünschen, dass man das hinbekommt, denn das ist wahnsinnig schwer, da im eigenen Kopf irgendwas zu ändern und ich möchte einfach Draymond Green wieder Basketball spielen sehen auf höchstem Niveau, auch gerne mit Physis, aber eben nicht so mit diesen Aussetzern, weil die natürlich auch gefährlich sind für seine Kollegen und Mitarbeiter. Aber kommen wir zum nächsten Thema, obwohl es ja auch noch um die Warriors geht. I love my mama fragt. Was hältst du von folgendem Trait? Die Warriors erhalten Alex Caruso, Dermade Rosen und Zach Levine und die Bulls im Gegenzug Andrew Wiggins, Clay Thompson, Moses Moody, Jonathan Kaminga und Brandon Pochemski und ein paar Picks. Nein, finde ich, macht überhaupt gar keinen Sinn, weil also der einzige Grund, warum wir vorstellen können, dass man jetzt einen größeren Trade macht aus Golden State Sicht ist, dass man denkt, man kann wieder auf ein Meisterschaftsniveau kommen rund um Steph Curry und das wäre nicht der Deal, um da wieder hinzukommen. Caruso ist sicherlich ein Spieler, der jeder gebrauchen kann, ein toller Defensivguard, trifft seine Dreier, aber ist natürlich kein Splash-Bruder, da müssen wir nicht überreden. Der Rosen spielt gar nicht in der Dreierlinie, das ist übertrieben, aber das ist, was ich meine, der ist Mittellistanzwerfer, Levine, ja, braucht den Ball viel, ist allerdings auch nicht bekannt als einer, der sehr, sehr intuitiven Basketball spielt und sich viel ohne Ball bewegt, etc. Und dafür jetzt, okay, Wiggins und Thompson kann man ja verkraften, Wiggins spielt dieses Jahr nicht seinen besten Basketball, sagen wir es mal so, Clay Thompson, da kann man sich irgendwie eh nicht auf eine Verlängerung einigen, aber mit Moody und Kaminga und Pochemski gibt man schon drei junge Leute weg und dazu noch Picks und das würde ja im Endeffekt auch bedeuten, dass man dann perspektivisch, weil Rosen wird free agent, eine perspektivisch einfach auch nicht groß nachladen kann, wenn es vielleicht nicht mehr so gut läuft. Von daher, das ist für mich kein Deal, den ich irgendwie favorisieren würde und ganz ehrlich, wenn ich Zach Levine jetzt 40 bis 45 Millionen Jahre, äh, 45 bis 45 Millionen Jahre, wäre ein bisschen lang, Dollar zahle für die nächsten Jahre, da kann ich auch Clay Thompson verpflichten für das Geld, das ist dann vielleicht der schlechtere Spieler, wahrscheinlich auch klar der schlechtere Spieler als Levine in diesen nächsten zwei, drei Jahren, aber das ist zumindest eine verdiente, äh, Klub-Legende, äh, da gebe ich nicht einem Spieler, der bisher noch nichts gewonnen hat in der NBA, der, glaube ich, insgesamt vier Playoff-Spiele hat und oft verletzt ist, äh, also das macht einfach keinen Sinn, im Endeffekt, also es gibt für mich, mein Begriff auch keinen Trade, der die Warriors irgendwie zu den Meisterschafts- an Wert haben macht und dazu kommt, das habe ich eben ein bisschen vernachlässigt, äh, als es zum Draymond Green ging, wenn wir davon ausgehen, dass Draymond Green, sagen wir mal so, um die zehn Spiele fehlt, ich denke mal, vielleicht sogar ein bisschen mehr, wo sind denn diese Warriors dann? Also sie haben mit ihm nicht gewonnen, werden sie ohne ihn auch nicht, glaube ich, großartig jetzt in eine Siegeserie einbiegen, von daher, ich denke, die Warriors laufen auch, je nachdem, wie lange es jetzt mit Green dauert, wirklich Gefahr, die Playoffs zu verpassen und von daher würde ich gar keinen Trade irgendwie machen. Adrian Boumaier fragt, deine Meinung zur Gameball-Thematik rund um Janis Antetokounmpo? Ich finde, er hätte ihn verdient gehabt und kann nicht verstehen, warum es da so ein Theater rum gab. Möchte ich ganz schnell machen, Spiel gegen die Pacers, Janis macht 64 Punkte, in den meisten Punkten seiner Karriere, in den meisten Punkten, die hier ein Bugspieler gemacht hat. Nach dem Spiel, er will irgendwie den Gameball haben, der ist aber weg, weil die Pacers ihn mitgenommen haben, weil ich habe schon den Namen schon vergessen. Irgendein Spieler von denen hat seine ersten NBA-Punkte gemacht und die dachten, der kriegt den Gameball. Janis ist aufgebracht und die Kameras fangen das ein. Wollte den Ball aber gar nicht für sich haben, sondern für Damon Lillard nach eigener Aussage, weil der hat Clay Thompson, ne, nicht Clay Thompson, der hat Kyle Korver überholt auf der ewigen Dreierliste. Gut, das fragte ich zu Recht. Moment mal, ich dachte, Steph Curry hätte die meisten Dreier geschossen. Wo arrangiert denn Kyle Korver? Also warum war das so eine wichtige Sache? Kyle Korver war Fünfter auf der ewigen Dreierliste. Weiß ja nicht, ob sich Damon wirklich dann den Ball da ins Regal stellt für den fünften Platz. Oft mal davon ausgehen muss, dass er noch ein paar Jahre spielt und ein paar Dreier trifft. Alles merkwürdig, alles viel Rauch um nichts. Von daher lassen wir es einfach mal dabei, denke ich. Außerdem, jetzt mal ganz ehrlich, das ist für mich so ein Top-Beispiel für Sachen, ich nenne das oft so, das sind Sachen, die einem nicht wehtun, weil sie einem wehtun, sondern die einem wehtun, weil man will, dass sie einem wehtun. Versteht ihr, was ich meine? Ob man jetzt Janis sagt, hier, das ist der Gameball, aber das war eine, der hat am Ende noch einen Ball gekriegt, glaube ich, es gab. Jetzt weiß natürlich keiner, ob das da wirklich die Gameball war. Janis denkt wohl nicht, aber ist scheißegal, ob das nun der Gameball war, oder ein Ball, den Lillard da im Aufwärmen geworfen hat. Der steht im Endeffekt in der Vitrine, wenn überhaupt. Er schreibt seinen Namen drauf, schreibt, weiß ich wie viele Dreier treffen musste für Platz 5 und ob das jetzt der richtige Ball ist oder nicht, interessiert keine Sau. Außer du würdest irgendeinem Superfan verkaufen, aber dem ist wahrscheinlich auch egal, Hauptsache Lillard hat da drauf unterschrieben. Von daher einfach eingebildete Schmerzen hier in dem Fall. Fabian Dames und jetzt kicken wir hier einen ganz, ganz großen Block auf. Es geht ums In-Season-Tournament und Verbesserung dafür und ich hatte mich ein bisschen gewundert, dass der Commissioner ja auch gesagt hat, ja, also Tweaks, das Wort will ja keiner mehr hören, alle haben irgendwie Tweaks für das In-Season-Tournament. Da dachte ich mir so, überhaupt habe ich gar nicht so wahrgenommen. Jetzt weiß ich, wovon er redet. Fangen wir mit Fabian Dames an. Eine Idee zur Anpassung des In-Season-Tournament. Keine Gruppenphase, Direkt-K.O.-Modus, parallel pausiert die reguläre Saison. Am Freitag nach Thanksgiving spielen 14 Teams der jeweiligen Conference gegeneinander. Die NBA-Finalisten sind direkt für die zweite Runde qualifiziert. Final Four in Las Vegas. Was denkst du? Finde ich ehrlich gesagt nicht praktikabel, weil man dann ja eine relativ lange Zeit keine Spiele hat. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Spiele nicht Back-to-Back stattfinden, sondern sagen wir mal alle zwei, drei Tage, je nachdem, wie die Reisestrapaz sind, je nachdem, wie auch die Hallen frei sind. Nicht jede Arena ist ja in jedem Abend frei. Manche Teams teilen sich ja ihre Halle mit Eishockey-Teams. Manchmal sind auch Konzerte oder andere Veranstaltungen. Von daher hat man natürlich nicht so wirklich vom Scheduling da jetzt eine komplette Sicherheit, die man vielleicht braucht. Jetzt hat man dieses Jahr auch nicht eine komplette Sicherheit gehabt, aber da es reguläre Songpartien waren, konnte man das schon ganz gut einstiehlen, bis auf dann die Viertelfinals und so. Von daher jetzt zu sagen, keine Ahnung, montags ist das das erste K.O.-Spiel. Das zweite ist dann, keine Ahnung, Mittwoch oder Donnerstag und dann Sonntag. Was machen denn die Teams, das sind dann eine ganze Menge, in dem Fall 14 Teams, die am ersten Tag rausfliegen. Spielen die dann gegeneinander? Müssen die dann gucken, dass die, oder wenn die reguläre Song pausiert, also sitzen dann zu Hause und trainieren? Wann willst du denn die Spiele aufholen, die man dann eigentlich in den beiden Wochen hätte gemacht? Sondern hinten wieder das, hinten den Spielplan vollpacken und da dann wieder vier Spiele in fünf Nächten oder so? Ich finde das nicht praktikabel und ich wüsste eigentlich auch nicht, wo hier die Verbesserung ist, ehrlich gesagt. Klar, K.O.-System finden wir alle interessanter als Gruppenphase, aber um die Leute auch mal zu sensibilisieren, hey, das In-Season-Tournament läuft, guck mal hier, der Platz ist bunt, das heißt, es ist In-Season-Tournament, aber wie steht es da eigentlich? Das glaube ich, da brauchst du halt auch eine Gruppenphase und was man auch nicht vergessen darf, am letzten Tag der Gruppenphase hatten wir eine Menge Drama, auch in der Eastern Conference vor allem. Das wäre alles nicht dabei, wenn man einfach sagt, wir losen das aus und spielen einfach K.O.-Runde. Von daher, auch wenn man davon ausgeht, dass es natürlich auch ein TV-Event sein soll, dann ist es, ehrlich gesagt, schwierig. Könnte man es machen, wenn man sagt, okay, man hat die erste K.O.-Runde und dann die Woche drauf ist die zweite und immer an dem Tag pausiert die NBA. Auch da, glaube ich, kommst du da, was so das Scheduling angeht, in Probleme. Und dann ist es auch so, wenn an dem Tag gerade jemand verletzt ist oder so, ich meine, klar ist es im Pokal bei uns auch nicht anders, aber ich wüsste wirklich nicht, wo hier die Verbesserung ist, ehrlich gesagt. Aber vielleicht hat Felix ja eine Verbesserungsidee. Was sagst du dazu, dass die zukünftigen Gewinner des In-Season-Tournements einen sicheren Playoff-Platz haben? Stand nach dem Finale ja kurz im Raum. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das kurz im Raum stand. Ich weiß, dass Leute irgendwie in den Raum geworfen haben, von weit außen, aus dem Internet oder irgendwelche Kommentatoren, USA, aber ich kann mich nicht erinnern, dass die NBA gesagt hat, da müssen wir drüber nachdenken, ob wir vielleicht direkt einen Playoff-Platz da irgendwie geben, sondern das war glaube ich eine Idee, die dann aus den Medien kam. Und ich finde es halt eine unglaublich schwachsinnige Idee, ehrlich gesagt. Weil ich, ich frage mich dann wieder, also okay, wie fern wollen wir denn die reguläre Saison dann noch weiter entwerten? Also war nicht das In-Season-Tournament eigentlich mal dazu gedacht, dass man die reguläre Saison aufwertet? Also dass es sich lohnt, über 82 Spiele Vollgas zu geben, auch früh im Jahr? Wenn wir jetzt sagen, gut, also wer da jetzt, je nachdem, wie viele Spiele man da jetzt ansetzt, wer die alle gewinnt, der ist dann sicher auf Platz 6. Also, was machen wir denn dann mit dem Rest der Saison? Also, für diese Mannschaft? Die kann dann quasi sagen, okay, fuck it. Keine Ahnung, man denkt immer direkt an so krasse Ausschläge im Sinne von, ja, das wollen wir auf die Jungen jetzt spielen, oder wir machen ein bisschen Load-Management und so. natürlich machen das die wenigsten, aber wie gesagt, warum sollte man an so eine Nummer, die für nichts anderes da ist eigentlich, als früh in der Saison ein Highlight zu setzen, Geld zu verdienen und so ein bisschen Bedeutung in diese frühe Saisonfahrt zu bringen? Warum sollte man da den ganzen Rest der Saison mit entwerten? Wenn du eine Mannschaft bist, die vielleicht früh in der Saison, wo der Star einfach verletzt fehlt, kann ja sein. Und du spielst dann halt da nicht gut. Aber im Endeffekt, dann hustlst du, wirst Sechster in deiner Conference und dann kommst du aber nicht direkt in die Playoffs, musst ins Play-In, weil irgendwer vier Monate vorher einen Pokal gewonnen hat. Also, ich sage, das macht für mich eigentlich wirklich gar keinen Sinn. Es ist für mich so eine Sache wie, wer das Ortsale-Weekend gewinnt, hat Heimrecht in den Finals. Das ist, finde ich, das überhöht, in dem Fall ist ja zumindest ein wirklich sportliches Event, aber es überhöht ein sportliches Event und entwertet halt, diese ganz, ganz große, lange, reguläre Saison. Und ich denke, das ist nicht der Sinn der Sache. Pat Raskes fragt, da das IST, also das In-Season-Tournament, unter anderem darauf ausgelegt ist, mehr als Fernsehzuschauer für den Beginn der regulären Saison anzuziehen, was hältst du von der folgenden Idee? Weiterung des Turniers um eine Achtelfinale-Runde, das Finale wird dann als eines der Christmas-Games ausgetragen. Das Achtelfinale kann ich mich sehr gut mit anfreunden. Wenn das alles soweit passt mit den Terminen, wie gesagt, das ist natürlich nicht leicht, das alles unter einen Hut zu kriegen, aber das sofort, Christmas-Games, nein, das ist ja total kontraproduktiv. Die Christmas-Games stehen für sich, da gucken die Leute sowieso zu. Das ist eigentlich ja auch der offizielle Start so für die Allgemeinsport interessiert, nur die NFL-Fans, der NBA-Saison ist ja Weihnachten. Und als, wenn ihr euch erinnert, von was vor zwei Jahren, als wir Weihnachten erst angefangen haben, da war ja die Idee, vielleicht fangen wir immer direkt Weihnachten an, warum müssen wir denn da so früh spielen und keiner guckt zu? So, aber jetzt zu sagen, nö, nö, dann machen wir das, vielleicht das dritte Spiel oder das fünfte Spiel, dann ist halt dann ein Christmas-Game, dann hat man ja nichts gewonnen. Vor allem, man will ja so ein Final-Four-Event am Ende haben in Las Vegas, um eben da auch was zu etablieren, früh im Kalender und auch früh im Dezember, weil da ist sonst nichts. Baseball ist vorbei, die NHL spielt ganz normal ihre reguläre Saison, Football gerollt gerade so zum Ende der regulären Saison hin, aber auch noch lange nicht in die heiße Phase und da passt das perfekt in den amerikanischen Spielplan. Jetzt zu sagen, wir machen da irgendwie ein Halbfinale irgendwo oder macht es auch einfach vielleicht auch nur, obwohl man will es ja wahrscheinlich irgendwo an einem neutralen Ort machen, aber dann macht man das Finale nicht da, das ist ja alles, das macht keinen Sinn und wie gesagt, es hat keinen, es gibt keinen Added Benefit, wenn du dann am Christmas Day spielst, wenn am Christmas Day eh alle drauf schauen und vor allem müsste man auch überlegen, wann spielt man dann überhaupt? Also eigentlich müsstest du ja in der Mitte von diesen fünf Spielen spielen, damit es an beiden Küsten irgendwie gut zu sehen ist, aber dann kommen ja nach dem Pokalfinale kommen dann noch andere Spiele, du musst die Spiele ja vorher festlegen Christmas Day, das machst du mit deinen TV-Partnern ja auch, wenn dann eins von diesen Teams, das da eigentlich dabei wäre, beim Pokal mitspielt, wie gesagt, das macht dann keinen Sinn, aber die Achtelfinale-Runde bin ich bei dir, die kann man durchaus mit reinnehmen, dann hat man vielleicht auch mit diesen Tiebreaker-Nummern ein bisschen weniger Probleme. Lars fragt, was hältst du davon, dass die Teams, die das In-Season-Tournament gewinnen, weniger Geld als jetzt und als Belohnung immer zum Beispiel den fünften oder sechsten Pick der nächsten Draft bekommen? Ist doch easy zu managen und die Belohnung ist attraktiv, oder? Nein, ist sie nicht. Nicht für die Spieler. Ich kann nur empfehlen, den Podcast zu hören mit Franz Wagner und mit Moritz Wagner letztes Jahr, oder dieses Jahr, ich sage mal letztes Jahr, letzte Saison meine ich, da habe ich darüber gesprochen, Draft, Magic und dann hat Moritz ganz klar gesagt, Alter, ist mir scheißegal, wen wir da ziehen. Darum geht es mir nicht. Und so denken, ich bin nicht gerade Spielersprecher, aber ich denke, so denken die allermeisten. Zwar man immer sagen muss, immer die, für die diese 500.000 Euro am interessantesten oder Dollar am interessantesten sind, also die, sage ich mal, am hinteren Ende der Rotation. Das sind ja genau die, die dann um ihren Arbeitsplatz fürchten müssen, wenn dann jemand in der Draft dazu kommt. So, dann ist es so, wenn man überlegt, wenn wir davon ausgehen, dass Teams das Ding gewinnen, die wahrscheinlich relativ gut sind und dann kriegen die einen Pick früh in der Lottery, ist nicht der Sinn der Draft, dass die Teams besser werden, die eigentlich nicht so gut sind. Also führen wir das ganze System, nicht alles komplett ad absurdum, aber wir unterlaufen das natürlich ein bisschen und jetzt, wenn wir überlegen, wir kriegen natürlich die Lakers jetzt, wären das dann gewesen, fünften, sechsten Pick. Nächstes Jahr, vielleicht Milwaukee oder die Suns, für die Franchise ist das super. Für die Spieler ist es im Endeffekt kein Gewinn. Klar kann man argumentieren, Janis hätte dann mehr Hilfe oder so. Ja, cool, 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 aber erstmal Geld in die Angetasche, das ist für die meisten wahrscheinlich wichtiger. Außerdem denke ich, dass das natürlich ein Faktor war mit dem Geld, aber am Ende des Tages ging es dann ab einem gewissen Punkt auch darum, wahrscheinlich ab der K.O. und hey, man will was gewinnen. Tyrese Halliburton hat das ja sehr gut verbalisiert, aber die Draft damit reinzunehmen, finde ich wirklich sehr, sehr schwierig. Könnte man darüber nachdenken, dass man vielleicht dann dem Gewinner ein paar Loskombinationen mitgibt für die Lottery, dass er mit dabei ist eventuell und wenn er nicht gezogen wird unter den Top 5, 6, dann kriegt er gar keinen extra Pick, fände ich auch schon wieder zu kompliziert und ich, wie gesagt, das ist immer dieses Teamerfolg, okay, wir wollen, dass die Spieler motivierter sind und wir belohnen die Franchise mit einem wahrscheinlich weiteren guten Spieler, der aber einen von den Spielern, die dafür spielen, den Job wegnimmt. Natürlich kann man sagen, es ist Leistungsgesellschaft und so, ich verstehe das alles, aber am Ende des Tages, denke ich, ist die Draft eigentlich nicht dafür da, die reguläre Saison zu belohnen, sondern eigentlich zu belohnen, wenn man nicht so gut ist. Mann ohne Eigenschaften fragt. Die Spannung von europäischen Pokalwettbewerben im Fußball lebt vor allem von den Duellen Unterklassikervereinen gegen Erstligateams und der direkten K.O.-Phase. Es ist auch eine Option für die NBA. Den 30 NBA-Teams könnten in der ersten Runde 30 Teams aus der Euroleague, Asien, Australien, der G-League und Südamerika gegenübergestellt werden. So hätte man in der ersten Runde mehr Spannung, das Auslandsmarketing würde verbessert und die Diskussion um World Champion of World würde beendet. Ich würde zu jedem dieser Argumente sagen, nein. Fangen wir mal vorne an. Also natürlich, Fußball, Pokal, oder andere Pokale, wie es im Handball ist in Deutschland. Aber Pokale, klar, wo groß gegen klein spielt, unterliegen gegen höhere liegen, das ist das, was eigentlich den Pokal ausmacht. Sind wir ehrlich, in der Pokal zu den eigenen Gesetzen nicht, weil ein Bundesligist gegen einen anderen Bundesligisten gewinnt, wo es natürlich auch Überraschungen geben kann, aber das geht ja darum, wenn das, was gab es denn zuletzt, was ich erwähne, wenn der SSV Vosfelde hier um die Ecke, die auch schon mal den Fee-Pokal gespielt haben, wenn die gegen Schalke gewinnen, dann ist das natürlich eine Überraschung und dann ist das cool und dann freut man sich, dass da ein paar Jungs, die nebenbei noch Klempner sind und Polizeibeamte, wenn die gegen die Hochbezeitenprofis gewinnen. Das ist toll. Aber das ist alles, also wenn man das jetzt vergleicht mit dem In-Season-Tournament, das ist Äpfel mit Böhren vergleichen. Noch nicht mal. Wir reden noch nicht mal über die gleiche, reden wir eigentlich eher über Äpfel mit einem Walfisch vergleichen. Was meine ich damit? Das ist ja eigentlich kein möglicher Pokalbewerb in dem Sinne. Klar gibt es einen Pokal am Ende, von daher das ist dann schon irgendwie so richtig, aber es gibt eben nicht dieses Sportsystem nicht das Gleiche. Wir haben keine Unterklassigen liegen unter der NBA, die unter dem gleichen Verband angesiedelt sind. Wir haben keinen DFB. Wir haben USA Basketball, das ist ja natürlich das Gegenstück zum DBB, aber die sind ja komplett raus, was so die NBA angeht. Die NBA macht sich ihre eigenen Regeln. Die NBA hat nichts mit USA zu tun, außer dass sie natürlich dann das Team USA zusammenstellen, dass es da natürlich dreckige Verbindungen gibt, aber alles andere, es ist ja nicht mehr so, dass USA den Spielbetrieb sichert. in College oder Highschool, das ist ja alles, das sind alles eigene Institutionen. Die NCAA ist für den College-Bereich zuständig und die USAB ist eben zuständig. Okay, wir stellen uns zu Nahmannschaften, wir machen die großen Turniere, blablabla. Also das fehlt schon mal komplett. Heißt, man müsste jetzt hingehen und sagen, wie es auch in der Frage hier steht, naja komm, wir gucken und wir nehmen uns 30 andere Teams von überall aus der Welt. Jetzt mal abgesehen davon, wie unfassbar aufwendig das wäre, also dass man sagen muss, okay, wenn es ein Pokal ist, kann ja auch gut sein, dass das Team aus Perth oder das Team aus München dann Heimrecht hat. Also das heißt, mitten in der regulären Saison nehmen wir, keine Ahnung, die All-In-A-Magic und die fliegen nach Perth und die Indiana Pacers fliegen nach München, spielen ein Pokalspiel. So, jetzt sehen wir mal, da verliert einer von denen. Tolle Überraschungen, Wahnsinn. Dann müssen die Bayern dann in der Euroleague und BBL-Saison nach Portland fliegen, um da ein Pokalspiel zu machen. Also ich weiß wirklich nicht, in welcher Welt das funktionieren soll. Weil einfach, das ist ja nicht ein Gerüst, es ist ja nicht, hier ist die NBA und die anderen liegen sie da drunter. Leistungstechnisch sicherlich, aber halt nicht in so einem Verbandssystem. Und jetzt, wenn wir auch ganz ehrlich sind, ist mir ziemlich egal, wie gut Real Madrid dieses Jahr ist, wie gut Perth ist oder was weiß ich, gibt es Al-Ali auch im Basketball. Die allermeisten Clubs würden halt eine Reise kriegen gegen NBA-Mannschaften, die im Saft stehen und nicht wie in der Vorbereitung dann dagegen die spielen nach zwei, drei Trainingseinheiten und vielleicht Two-A-Days auch, wo sie einfach mit leeren Beinen dann in so ein Spiel gehen und das andere Team aus der Euroleague, die auch guten Basketball spielen können, ist dann halt schon seit mehreren Wochen voll im Saft. Also, das macht einfach auch so vom Sportlichen her, finde ich, relativ wenig Sinn. Dann kommt der ganze Punkt Auslandsvermarktung. Also, was stellen wir uns denn vor, dass die Leute, wenn, ich glaube mal bei Perth oder Melbourne, wenn Melbourne gegen die Lakers spielt, ist das toll für Melbourne, sicherlich, wenn es dann auch noch in Melbourne vielleicht ist. Aber die Leute wissen, es ist ja nur toll für Melbourne, weil die Leute eh schon wissen, wer die Lakers sind. Also, ich würde überhaupt, also ich wüsste überhaupt nicht, was das großartig bringen soll. Vor allem angesichts des ganzen Aufwandes hinfliegen, dann musst du durch die Spielstätte, wie willst du überhaupt spielen? Spielst du mit NBA-Regeln, spielst du mit Fieber-Regeln? Das sind alles Sachen, das macht wirklich von vorne bis hinten keinen Sinn. Und dann kommen wir zur Frage World Champion of what? Die Frage wird damit nicht beantwortet mit einem beschissenen Pokalsystem, wo die ganze Welt mitspielt. Vor allem, die ganze Welt spielen 60 Mannschaften mit 30 aus der NBA und 30 von irgendwo. Wie qualifizieren sie sich denn überhaupt? So, ne? Und ich dachte eigentlich, dass die ganze Diskussion und World Champion of what darum ging, dass der NBA vorgeworfen wurde und eigentlich jedem anderen US-Profisport auch, dass die den Weltmeister küren, aber keine Nationalmannschaft da spielt. Das ist ja das Problem. Wir reden ja nicht davon, wer Club-Weltmeister geworden ist. Es gab ja auch früher mal die McDonald's Open. Da hat man das ja so gemacht. Dann kam dann halt manchmal der NBA-Champion, wenn die keinen Bock hatten oder am Jahr vor unterwegs waren, kam halt der Zweitplatzierte. Dann haben die gespielt gegen den, weiß ich, Sieger des Pokal-Landesmeisters gegen Sieger vom Südamerika-Pokal und dann hat man da irgendwie einen Pokal übergeben, der im Endeffekt keine Sauer interessiert hat und der Einzige, der sich gefreut hat, dass er da dabei war, war wahrscheinlich Ronald McDonald. Von daher, das würde null und überhaupt gar nicht World Champion of what beantworten. Das wäre eher noch eine größere Travestie der Frage, dass man sagt, aber wir machen einfach hier so einen Pokalbewerb mit 60 Mannschaften, wo noch nicht mal alle Euroleague-Teams dabei wären. Nichts von dem ist wirklich leider praktikabel und ich denke, das IST braucht jetzt auch keine weitreichenden Reformen. Das war ein voller Erfolg. Ich denke, man muss sich eigentlich nur Gedanken machen über den Tiebreaker und da habe ich am Dienstag diese Idee von Israel Gutierrez nochmal vorgestellt, dass er sagt hat, die Tiebreaker sollten eigentlich die zugelassenen Punkte sein. Auch kein 100% perfektes System, aber finde ich super spannend, einfach um Defense und Verteidigung bis zum Ende zu belohnen. Und ansonsten die Sache mit der Achtelfinale, die kann ich mir gut vorstellen, aber alles andere sind entweder so totale, sag ich mal, ja, so kleine Symptome, die man verbessern kann nach Motto, ja, wenn die Spiele sind, dann halt, oder erst mal nur Pokalspiele und dann die normale Saison, ja, mein Gott, das können auch irgendwie kein, nee, am Ende des Tages geht es darum, löst das Problem mit bis zum Ende spielen und den Score nach oben treiben versus vielleicht doch mehr verteidigen, vielleicht mehr eine Pokalrunde mehr, die Plätze ein bisschen weniger farbig anmalen und gut ist, also, warum müssen wir da jetzt alles, 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 neu machen. Jetzt haben wir ein bisschen Rage gerät, brauche ich kurz eine Auszeit. Gestern war es soweit, jetzt fragt ihr euch, was, das 92er Heft kam, das auch, was auch kam, ist meine neue Fuhre, bionic.com, das kennt vielleicht die Älteren, die schon länger zuhören hier, das ist so ein, auf meine Bedürfnisse personalisiert zugemixter Nährstoffmix und das ist halt so ein Granulat, da sind all die Sachen drin, die ich brauche und jetzt fragt ihr euch, wie wollen die das wissen, haben die dich gefragt, woher weißt du das überhaupt, du hast doch keine Ahnung, du hast doch nicht mal zu Ende studiert, alles vollkommen valide Punkte, aber so geht das ja auch nicht, man macht einen Bluttest, also macht den nicht selber, sondern man nimmt selber sich ein bisschen Blut ab, das geht am Finger, das geht schnell, man schickt das ein, das wird analysiert, dann kriegt man in die App von denen die Ergebnisse Bluttests geschickt, da sieht man dann zum Beispiel mir, meine Omega-3-Fettsäuren, die Werte, die waren ziemlich im Keller und dann guckt Björnick und sagt, hey, dann würden wir dir empfehlen, wir schicken dir für drei Monate halt dieses Granulat, wir mischen das genau für dich zusammen, genau, was du brauchst, ich kriege auch noch dazu Omega-3-Fettsäuren, die ich einnehme jeden Tag, weil das, wusste ich auch nicht, ich bin auch ein Ziel des Rabbit Hole reingestiegen, weil das einfach ein unglaublich wichtiger Nährstoff ist, für so viele Sachen, ich frage mich wirklich, was ich früher in der Sporthochschule eigentlich da gelernt habe, aber das ist ja auch schon ein paar Jahrzehnte her, vielleicht wusste man das da auch noch nicht, jedenfalls, ich bin echt super, super zufrieden damit, ich sage, mach es auch weiter, einfach, weil ich sage, ich habe keinen Bock, da jeden Tag irgendwelche Tabletten einzuwerfen und ich sage, es ist ein Rabbit Hole, man kann sich ja bei YouTube und sonst wo tausend Tipps holen, ich bin ein großer Fan von Andrew Huberman auch und so, aber ich will eben wissen, was für mich richtig ist und das kann ich eben hier wirklich von einem sehr, 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 sehr renommierten Anbieter mir halt hier regeln lassen und ich nehme einfach nicht irgendwelche Sachen ins Blinde hinein, sondern ich werde kontrolliert alle drei Monate den Bluttest, das macht einfach echt viel Spaß und ehrlich gesagt, ich ärgere mich wirklich früher, als ich noch wirklich Sport gemacht habe, also wirklich noch als Spieler und so, hätte ich es einfach, glaube ich, gar nicht schlecht gefunden, auch so was gehabt zu haben, einfach um zu wissen, wo stehe ich, aber wie gesagt, das ist ja auch schon 30 Jahre her. Wenn ihr Bock habt darauf, vielleicht selber sagt, hey, ich will es optimieren, bionic.com mit dem Code Dank mit 50 kriegt ihr 50 Euro Rabatt auf den Bluttest, ich kann es nur empfehlen, probiert es aus. Mir geht es super damit, was soll ich sagen. Weiter geht es mit David oder David, je nachdem, er fragt, denkst du, die vor Saisonbeginn etwas blächelte Anti-Load-Management-Regel hatte schon einen spürbaren Effekt? Klar, du hast schon öfter die Schwachstellen-Loopholes der Regel genannt, aber die üblichen Verdächtigen, Kawhi, PG, AD und KD ziehen ja bisher echt durch. Ist die Regel also doch effektiver als gedacht oder spielen andere Gründe eine Rolle? Ich glaube, das ist ein bisschen früh, um das zu bewerten. Also wir können da mal kurz reingucken in die Zahlen von den jeweiligen Spielern. Also sollen wir zum Beispiel Clippers gucken. 24 Spiele, Kawhi hat alle gemacht, Paul George hat eins ausgesetzt. Da muss man sagen, läuft gut. haben durchgezogen. Allerdings reden wir auch jetzt hier von den ersten 24 Spielen. Ich weiß nicht, wie viele Back-to-Bags dabei waren, aber ich würde schon sagen, dass ich erwarten würde, dass gerade der Coal Land wahrscheinlich ein, zwei Spiele mehr ausgesetzt hätte, vielleicht sogar noch ein paar mehr, wenn es die Regel nicht gibt. von daher, da könnte ich mich dann anfreunden, da schon das zu bejahen. Bei Durant müssen wir sagen, der hat schon vier Spiele verpasst. Gut, der war wahrscheinlich auch verletzt in den vier Spielen, aber das ist ja schon einer von diesen angesprochenen, von diesen Loopholes, von diesen Wegen, wie man das umgehen kann, in dem man halt sagt, hier, unser Spieler hat einen gelben Schein, also der konnte nicht spielen. Und ich denke, dass gerade vielleicht so Teams, auf die dann sehr viel geguckt wurde, also in dem Fall natürlich vor allem die Clippers, dass da eventuell dann auch die Teams gesagt haben, okay, pass auf, bevor wir irgendwie in Torfels Küche kommen, früh in der Saison, lass mal in dem Sinne da einfach mal die Back-to-Backs spielen und dann gucken wir mal weiter. Wenn wir nochmal bei AD sind, der hat jetzt ein Spiel verpasst, LeBron hat zwei verpasst, LeBron letztens glaube ich auch ein Back-to-Back, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich sage, ich will nicht sagen, dass das jetzt wegen Load-Management war, aber am Ende des Tages müssen wir gucken, was passiert später in der Saison. Da wird es interessant. Was passiert so ab Spiel 40, 50? Was ist da mit Back-to-Back? Sehen wir da dann wirklich auf einmal Spieler, die raus sind mit gelben Scheinen oder so? Aber alles in allem muss man sagen, bisher sieht das gut aus, aber man muss auch sagen, gerade bei Paul George, in der Vergangenheit, da waren natürlich auch Verletzungen da. wir müssen erst mal abwarten, was passiert, wenn das Load, wenn die Belastung auch höher wird, wenn sich da Sachen anhäufen und auftürmen über die Saison und dann mal gucken, wie es dann gerade bei den älteren Spielern aussieht. Henning Bräuniger fragt, läuft Austin Reeves gerade Gefahr, der nächste Jordan Poole zu werden? Oft verstehe ich seine Wurfauswahl absolut nicht, klar, das wahrscheinlich auch etwas überspitzt formuliert, aber deine Meinung dazu würde mich interessieren. Ich weiß nicht, ich gucke wahrscheinlich nicht so viele Spiele wie der Henning von den Lakers, aber man kann ja heutzutage ganz gut irgendwie gucken. Bei BK Ref zum Beispiel, so Basketball Reference, da kann man ja reinschauen und man kann sich, das ist auch echt eigentlich ein tolles Tool, was ich immer benutze, zum Beispiel bei solchen so einfach sagen kann, zeig mir bitte mal das GameLocker, zeig mir alle Spiele von dem Spieler in die Saison und dann kann ich anfangen zu sagen, ich habe zum Beispiel macht jetzt Abspiel 14, jetzt Spiele 25, also von 14 bis jetzt, zur letzten Partie, ihr seid nur in diesen Partien wie Style Statistik von Austin Reeves und ich lese sie jetzt mal vor. 16 Punkte, 4,4 Rebounds, okay, 5,2 Assists, das ist gut, Spielzeit, 27,5 Minuten, ist auch super, Dreierquote, 36,8% bei 4,8 Versuchen, gut, Feldwurfquote, 51,2%. Leider, das ist ein Nachteil bei dieser Geschichte, wenn man das so sich raus sucht, dann wird, die Zweierquote wird dann halt nicht mit angegeben, aber in dem Fall ist die Zweierquote dann bei ihm, was sind das dann, er nimmt 6 Zweier und trifft davon 3,7, könnt ihr euch ausrechnen, also auch sehr, sehr gut. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt hier der Henning vollkommen Unrecht haben muss und es kann ja sein, dass die Würfel dir daneben gehen, alle Hanebüchen-Dinger sind, wo er in Mittellinien dribbelt und macht einen Hakenwurf, würde sich aber nicht mit dem decken, was ich so gesehen habe die letzten Wochen, sagt man auch nicht alles, das geht auch nicht, aber ich denke, Austin Reeves hatte früh in der Saison ein paar Spiele drin, wo er nicht ganz angekommen war, also gerade so die ersten Partien hat man glaube ich gemerkt, dass das für ihn ein bisschen schwierig wurde, ich glaube die Lakers hatten da auch zu Saisonbeginn als er noch mit den ersten Fünfer, oder? Ich glaube ja, vielleicht ein bisschen zu viele Leute, die den Ball in der Hand brauchten, um ihr Ding zu machen, LeBron, Russell, er und als Reeves dann auf die Bank ist, ich gucke nochmal genau, wann das passiert ist, ich hatte es ja gesagt, von Spiel 14 bis jetzt und er ist in Spiel 9 auf die Bank gegangen und seit, also auch in den Spielen die ich jetzt vergessen habe, seit er auf der Bank ist, obwohl ich kann jetzt mal gucken, es gibt ja auch die Splits, den Split kann man ja mal schauen, Starter over this bench, wenn wir da schauen, da sehen wir als Starter bei ihm eine True Shooting Quote, wenn wir die mal nennen wollen, hier von 52,3% und als Bankspieler von 63,9%, also klare Verbesserung Offensiv Rating 98, nicht sehr gut, als Starter 122 als Bankspieler, also viel, viel besser und dann Dreierquote 27,8 zu 39,2, Feldwurfquote 41,6 zu 50,3, also das sind Zahlen, die sprechen für sich, seit er auf die Bank gegangen ist, seit er mit einem anderen Kontext Baseball spielt, läuft es halt besser, also jetzt irgendwie zu vermuten, das wird der neue Jordan Poole, ist komplett, also ist nicht in dieser Realität behaftet, mag ich aber ernste Würfe nehmen, um wieder ein bisschen auszutesten, manchmal so was, was geht, wie gesagt, kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht alles gesehen habe, aber mag vorkommen, allerdings wüsste ich jetzt nicht, wer das nicht macht, außer die ganz klaren Rollenspieler, und dürfen auch nicht vergessen, das ist natürlich ein Spieler, der relativ jung noch ist, in dieser Rolle, die er spielt, wenn ich erinnere, vor dem Playoffs vergangene Saison, hat niemand von Austin Reeves großartig in dieser Rolle gesprochen, die er jetzt auch hat, oder die er in den Playoffs hatte, also I am him, sagt man nicht, wenn man ein paar Spot-up-Würfe aus den Ecken nimmt, und von daher, ich bin nicht der Meinung, dass wir bei Austin Reeves aufpassen müssen, dass er bald der nächste Jordan Poole ist, ganz im Gegenteil, ich denke, vielleicht ärgern sich auch einige Teams, dass sie ihn nicht geholt haben im Sommer, oder versucht haben, ihn zu holen. Konter 1848 fragt, nach dem In-Season-Tournament-Sieg haben die Lakers allen gezeigt, und auch den Kritikern, dass sie ein Top-Favorite auf dem Titel sind, sollten die Lakers Richtung Trade-Deadline All-In gehen, und sogar Austin Reeves abgeben für einen weiteren All-Star, um die Titelchance in diesem Jahr zu maximieren. Mit dieser Frage habe ich mehrere Probleme. Zum Ersten haben sie gar nichts gezeigt. Sie haben ein Turnier gewonnen, ein Turnier gewonnen, wo man dann ab der Gruppenphase im K.O.-System spielt, und eines, vielleicht sogar das wichtigste Merkmal der NBA-Playoffs ist ja nun mal, dass man eben kein K.O.-System hat, sondern es sind Best-of-Seven-Serien, wo sich von Spiel zu Spiel Dinge ändern können. Natürlich können sie auch manchmal von Halbzeit zu Halbzeit Sachen ändern, aber meistens sind die nicht so gravierend, wie dann es stellen wir, dass es von Spiel zu Spiel geht. Heißt, in einem Appetit, auf die man sich jetzt auch nicht unbedingt dann vielleicht mega viel vorbereiten kann, weil man es mitten in der regulären Saison spielt, also darauf zu schließen, okay, wenn die jetzt diese Spiele gewinnen gegen New Orleans, eine Mannschaft, die noch nicht wirklich, also wenn wir jetzt mal von den K.O. spielen, dann vom Halbfinale, Finale ausgehen, eine Mannschaft, die natürlich gut sein kann, aber einfach noch nichts bewiesen hat, in irgendeiner Hinsicht, dass sie die schlagen und die Pacers schlagen eine schlechteste Verteidigung der Liga, da möchte ich ganz vorsichtig formulieren, das ist für mich überhaupt gar kein Arbeitsnachweis im Sinne von, oh, jetzt muss ich aber darüber nachdenken, ob die nicht vielleicht dieses Jahr Meister werden. Gleichzeitig muss ich sagen, und da habe ich auch Kritik für gekriegt, als ich gesagt habe, ich kann mir vorstellen, dass die Lakers ein Team sind, wenn alles optimal läuft, die um den Titel mitspielen können, da bin ich nach wie vor der Meinung, früh in der Saison war da eben auch viel mit Verletzungen damit zu tun, dass sie eben diese Stärke, die sie haben, die Länge auf vielen, vielen Positionen, dass die eben nicht in die Waagschall geworfen werden konnte, weil eben die langen Verteidigung im Flüge fehlten, dann muss man sagen, hat Austin Reeves gerade schon erwähnt, früher in der Saison einfach nicht ihren Tritt gefunden, das hat er jetzt, das ist alles viel besser austariert, LeBron spielt eine wahnsinnige Saison, aber das ist jetzt kein, nicht der Top-Favorit auf den Titel, weil sie diesen Cup gewonnen haben, sondern das war jetzt ein toller, früher Erfolg, der kann seiner Mannschaft auch helfen, ich bin sogar da mal abwechselnd, zur Abwechslung ja gesagt, bei D'Angelo Russell, der gesagt hat, hey, das ist ein Cheatcode in Richtung Playoffs, wo ich denke, ich verstehe schon, was er meint, ich bin auch bei ihm, dass man dann schon mal ein paar wichtige Spiele gespielt hat, wo vielleicht viele von den Kollegen, die jetzt dabei waren bei den Lakers, so ein Spiel noch nicht gespielt haben, LeBron, AD, Austin Reeves sicherlich, Gabe Vincent sicherlich, obwohl er verletzt war, aber so jemand wie Christian Wooden, Jackson Hayes und so, ich glaube, für die war das schon wichtig, für die Jüngeren vor allem, ganz abgesehen von der Kohle, aber da wird sich eine Entwicklung stattgefunden haben, so ein bisschen, aber das ist nochmal so, dass das jetzt halt im Dezember war und wir reden in vier Monaten davon, da geht es in die Playoffs und bis dahin musst du halt noch eine Menge als Mannschaft wachsen, du musst mit Rückschlägen klarkommen, wahrscheinlich musst du auch mit Verletzungen klarkommen. Das, was wir jetzt gesehen haben, ist erfreulich, das ist ein Fingerzeig, da wo es für die Truppe hingehen kann, aber wird nichts damit zu tun haben, wie sie in den Playoffs agieren, wie die Matchups in den Playoffs sind, wo du überhaupt landest am Ende, vielleicht spielst du den ersten Runden direkt gegen den Meister, so du hast wahrscheinlich ein ziemlich hartes Brett zu bohren und vielleicht fliegst du dann auch schon raus. Von daher, es kann gut sein, dass sie nachjustieren während der Saison, da bin ich auch überzeugt von, dass das Team schauen wird, dass D'Angelo Russell der Woche angeboten wird, dass Ruya Chimura plus X sicherlich für Spieler zu haben sind, die besser vielleicht passen, nur ich wüsste nicht, welcher All-Star zu haben ist. Also Zach Levine, okay, klar, das ist sicherlich machbar, aber nochmal, 40, 43, 45 Millionen, glaube ich, die nächsten drei Jahre, ist das der richtige Mann? Kriegt man den überhaupt für das, was ich gerade skizziert habe? Das habe ich auch schon ein paar Mal hier besprochen, einfach mal ein paar Folgen zurückgehen. Fakt ist, ich würde nie im Leben Austin Reeves traden für Zach Levine, weil ich denke, Austin Reeves ist in diesem Kontext, für diese Mannschaft vom Alter her, vom Vertrag her, der hundertprozentig wichtigere und bessere Spieler. Ist er für mich untradeable? Nein. Aber ich würde ihn nie im Leben für Zach Levine abgeben. Nicht, weil ich Zach Levine nicht mag, sondern Zach Levine hat keine Playoff-Erfahrung, großartig, Zach Levine hat noch keinen großartigen Winning-Baskball gespielt in den Playoffs, er ist wie gesagt viel verletzt und er hat diesen heftigen Vertrag und er kann nicht für meine Begriffe der zweitbeste Spieler eines Meisterschaftsteams sein und mit dem Salary Cap, was wir jetzt haben, mit all den Restriktionen, wenn du viel Geld ausgibst, da ist es wirklich wahnsinnig schwer, das durchzuziehen, wenn du so ein Spieler halt hast. Stefano fragt, ich würde gerne wissen, woran es liegt, dass manche Spieler extrem davon profitieren, wenn sie plötzlich von der Bank kommen, zum Beispiel aktuell Austin Reeves. Liegt es dann daran, dass sie eher gegen die Bank der anderen Mannschaft spielen oder nimmt es einfach Druck weg oder ist da noch mehr. Es können verschiedene Faktoren sein, in der Regel würde ich sagen, wenn wir zum Beispiel Austin Reeves sind, da kann man es gut illustrieren, ist es eine Frage vom eigenen Spiel in der eigenen Rolle. Wenn du Austin Reeves bist, der in dem Ball eine Hand haben will, der Pick and Roll läuft, der für sich selber andere kreiert, dann ist es vielleicht nicht dein Spiel, wenn du in der Ecke stehst. Wenn wir uns an Dennis Schröder erinnern letztes Jahr bei den Lakers, was hat der da gemacht? Der stand meistens in der Ecke rum. Das war nicht sein Spiel. Ein Sportabschütze, das kann er auch, keine Frage, aber das haben wir bei der WM ja zuletzt auch gesehen, sehen es auch in Toronto. Er ist am stärksten, wenn er attackieren kann, Austin Pick and Roll, den Ball in der Hand hat, Leute dirigiert, Leuten die Spots und Shots bekommt oder bringt. Und das ist das Einzige, das ist das Wichtigste für mich. Bist du da, wo du spielst, ob du jetzt Starter bist oder von der Bank kommst, bist du in der Rolle, die für dich die Beste ist. Und wenn das so oder so ist, dann ist das für dich die bessere Platzierung. Den Druck, ja, manche Spieler kommen gerne von der Bank, manche sind gerne von Anfang an dabei, manche gucken sich's lieber an, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wenn du von der Bank kommst, dass du, dass das da keine Eishockey-Wechsel mit, da kommt die ganze erste Reihe raus, zweite Reihe geht rein, sondern du spielst ja noch mit Startern zusammen. Und dieses, wer sind die zweite Fünf ist ja oftmals so ein bisschen, wie soll ich das sagen, ein bisschen blöde, das dann so immer zu sagen, weil es spielt ja ganz, ganz selten, die zweite Fünf gegen die zweite Fünf. Von daher, nee, das ist der Kontext und die Rolle, die da meistens den Ausschlag gibt. Christoph Klaus, ich habe die Saison schon einige Partien der Spurs gesehen, das tut mir sehr leid, und immer wieder verlieren sie aufgrund von wilden Situationen die Bälle. Natürlich ist es ein junges Team und Spieler wie Van Banyama, Vassell oder Johnson sollten Fehler machen dürfen, würde es der Mannschaft aber nicht helfen, wenn sie sich einen Playmakers holen, zum Beispiel Tiles Jones, vielleicht im Trade mit McDermott plus einen Zweitrundenpick. Aus meiner Sicht wäre ein Point Guard stimmiger als ein Shooter, wie ist deine Meinung zu? Ja, habe ich auch schon ein paar Mal besprochen, deswegen sage ich auch schnell, Jeremy Sohan, das ist so der, den sie da so ein bisschen aufbauen wollen. Wie gesagt, ich habe selber die Theorie, dass die denken, vielleicht könnte der über absehbare Zeit mal so ein Boris-Dior-Typ werden, dann, wenn wir jetzt ihm das ein bisschen anlernen als Point Guard, vielleicht ist die Lernkurve dann höher und wenn es nicht funktioniert, naja, dann können wir nächstes Jahr nochmal ein bisschen früher ziehen, ist ja nicht ganz so schlimm. Allerdings frage ich mich schon, jetzt angesichts dieser langen Niederlagenserie, wie lange sich das noch angeschaut wird in San Antonio. Sie haben bei Trey Jones ja jemanden, der eigentlich relativ solide den Ball bringen kann und Leute in die Place bringt, aber ich denke, momentan ist es erstmal so, wie es ist. Mal schauen, ob die Spurs dann irgendwann gegenlenken. Ich frage mich auch, wie das so Greg Popper wahrscheinlich aushält mit den ganzen Niederlagen, aber das ist momentan einfach eingepreist. Man muss eben nur aufpassen, dass es einem die Kultur nicht zerballert, wenn halt man so viel verliert und irgendwie auch dich so ein bisschen einschleicht. Naja, ist ja egal, was am Ende dabei rauskommt. Aber ich gebe dir recht, mit einem Point Card werden sie besser da. Jetzt haben sie ja schon gewechselt, dass Wemby jetzt eigentlich auf der 5 immer aufspielt und nicht aufläufend Gifte 4. Das war ja schon mal einfach auch ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Christian Paul fragt, Daniel Theis und die Clippers. Einfach Glück und der richtige Zeitpunkt, dass er so gut passt. An seiner Arbeitseinstellung liegt es scheinbar nicht, dass er bei den Pacers und Carlisle raus war. Ich finde, er hätte dort ein wichtiger Teil des jungen Teams sein können. Und wie kann man als Pistons GM jetzt etwas verbessern? Erstmal vielleicht zu Theis. Nein, Theis, das habe ich vor der Saison auch gesagt. Das war einfach für ihn mit die schlechteste Situation in Indiana. Viele junge Frontcourt-Spieler, junge Mannschaft generell, die den nächsten Schritt machen wollte. Vergangenes Jahr war er lange, lange verletzt. Und dann waren die Rollen verteilt und die Youngster sollen halt lernen. Von daher war, das haben wir glaube ich auch in der Preview gesagt, Dean und ich, das war schon klar, dass er dann einen Wechsel irgendwann bekommen wird. Die Frage war halt Trade oder Buyout. Und jetzt wissen wir, es war ein Buyout. Bei den Clippers passt er perfekt rein. Er hat ja auch in dem Podcast mit ihm darüber gesprochen. Von daher, ich glaube, das ist auch ziemlich klar. Hätte er jetzt ein wichtiger Teil sein können? Die Frage ist halt immer, wenn du so viele junge Spieler hast und so jemand wie Joris Walker, glaube ich, spielt er kaum bis gar nicht, wenn ich ihn jetzt ganz täusche, auch auf einer großen Position eigentlich beheimatet, dann ist die Frage, ja, hätte er sicherlich, aber dafür hätte er jemand anders, der ein junger Spieler ist mit Entwicklungspotenzial und Daniel ist ja bei aller Qualität kein junger Spieler mehr, hätte dann halt weniger Zeit bekommen und das ist aber das, was da eigentlich jetzt das höchste Gute ist, das Spiel sich entwickeln. Natürlich wollen die auch Spiele gewinnen, am besten aber beides gleichzeitig machen, das schaffen sie auch halbwegs. Von daher vollkommen nachvollziehbar, dass die Entscheidung, und deswegen hat man ja Daniel auch da diesen Buyout angeboten, dass man das so getroffen hat, dass das war auch cool, mit denen auch warten können, bis zur Trade-Deadline und ihn da hinhalten können, aber das war einfach, fand ich fair von beiden Seiten, das hat ja Daniel auch so verbalisiert, da im Podcast von uns. Und was die Pistons angeht, erstmal hoffen, dass das Shooting jetzt, was gesund geworden ist in Bojan Bogdanovic, dass sich das irgendwie weiterbringt und dann musst du halt gucken. Also ich meine, irgendwer hat auch schon gefragt, hey, ist nicht Monty Williams schon gescheitert? So weit würde ich auf gar keinen Fall gehen. Ich würde im Endeffekt als GM gucken, okay, die jungen Spieler, die wir da jetzt haben, passen die denn alle so zusammen? Was ist mit den Überangeboten an Big Man, die wir da haben? Was ist mit den Veteranen? Was ist der Markt für die Veteranen sonst von der Liga? Was ist der Markt für Bogdanovic, für Burks? Was ist der Markt für einen wie Jaden Ivey? Denke ich, man muss den traden? Nee, denke ich nicht. Aber ich denke mir auch, okay, irgendwie bei 2022 und jetzt, wo sind 19 Niederlagen? Nee, was waren sie? Wo sind sie jetzt? Da ist ja auch egal. Niederlagen in Folge, irgendwas scheint ja nicht zu stimmen. Also wir haben ja von draußen, wir sehen ja immer nur die Ergebnisse. Wir sehen die Ergebnisse vielleicht ein bisschen Körpersprache etc. Aber als GM weißt du ja viel mehr, wie die Dynamiken sind im Team. Du weißt, was für einen Wert jemand zum Beispiel Killian Hayes hat oder Marvin Bagley hat oder eben James Wiseman. Und dann musst du die Zeit gucken. Gibt es schon Gespräche in der Kulisse? Ich bin sicher, dass es Gespräche gibt. Wo schlägt man zu? Kann man die Saison überhaupt noch retten? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, Plänen wird nicht mehr wirklich gehen. Du hast einen neuen Coach. Das dauert mal ein bisschen länger natürlich, gerade mit einer jungen Mannschaft. Von daher, ich erwarte, dass da schon es ein, zwei Deals geben wird. Aber am Ende des Tages, wenn wir auf eine Zahl schauen wollen, dann müssen wir darauf schauen, dass die 33,8 Prozent von der Dreierlinie getroffen haben bisher. Wie gesagt, viel davon ohne Bojan Bogdanovic, der trifft derzeit 41 Prozent bei acht Versuchen. Da sieht man, wie wichtig der für die Mannschaft sein kann. Und er macht ja auch 21 Punkte derzeit. Aber Fakt ist nun mal, das ist eine junge Mannschaft, da fehlt Shooting. Aber ob man jetzt daraus schließen kann, dass diese Niederlagen sagen, hey, wir müssen jetzt in dem Kern, in dem jungen Kern was ändern. Wie gesagt, was ist mit Jaden Ivey, was ist mit Hayes? Macht man da irgendwas? Macht man da mit Wiseman? Das muss natürlich dann der General Manager Troy Weaver entscheiden. Das ist von außen einfach schwer zu bewerten, weil wir auch nicht wissen, wie intern die Chemie ist, wie der Coach in manchen Spielern denkt. Aber ich kann mir gut vorauschen, dass da was passiert. Markus Nauertz fragt, warum sollte sich PJ Tucker auf einen Buyout einlassen und dadurch 2024 seine Aktion für 11 Millionen Dollar verzichten? Rewschnell beantwortet, indem man sagt, pass auf, bei uns, wir kriegen nicht getradet, keiner bietet irgendwie wirklich was an für uns. Wir würden nicht ja traden, aber kaum einer hat diese 11 Millionen, die man ja braucht, um dich jetzt auch zu holen. Wir wissen, du hast eine Spieleroption. Ey, wie sieht's aus? Du bist ein verdienter Veteran, nicht unbedingt für uns, aber für andere. Wir schätzen deinen Agenten, statt jetzt hier irgendwie die, keine Ahnung, wie viele dieses Jahr noch zustehen. Sagen wir, insgesamt stehen, stunden, du bist noch 18 Millionen zu. Pass auf, machen wir es so, du kriegst 15 Millionen, dafür kannst du dir einen neuen Verein suchen. Wir sparen ein bisschen Geld. Du kannst frei wählen, wo du hin willst und wir sind nicht darauf angewiesen, dass irgendein Team dich irgendwie ertradet, wo du vielleicht auch gar nicht hin willst. Dann kann er natürlich sagen, ja gut, dann nehme ich gerne diesen Buyout. Wenn ich nächstes Jahr noch spielen will, dann kann ich ja irgendwo noch einen neuen Vertrag unterschreiben, dass ich, wenn ich jetzt kann, wenn ich auf 5 Millionen verzichten muss jetzt, vielleicht kriege ich dann nochmal 3 Millionen, dann sind es 2 Millionen, die ich dann vielleicht unterwegs verloren habe, aber ich kann dann in der Situation spielen, wo ich auch gebraucht werde. Das ist der Grund. Du erkaufst damit deine Freiheit und deine vielleicht nochmal sportliche Zukunft. Wenn es ihm nur um die Kohle geht, kann er natürlich sagen, hey, pass auf, dieses Jahr 11, nächstes Jahr 11, das nehme ich alles mit. Wenn ich nicht spielen muss, gar kein Problem, komme ich zum Training, schwitze ein bisschen an und gehe nach Hause und zähle meine Schuhe. Kann er natürlich machen, aber es geht um die Freiheit und natürlich das Angebot, was ihm da gemacht wird. Wenn er natürlich sagen, hey, pass auf, Buyout kriegst du, aber dann wollen wir von dir noch eine Million haben, überspitzt gesagt, dann macht man es natürlich nicht. MJ fragt, macht es dich auch traurig, wenn du Steph Curry in so einer Gurkentruppe siehst? Nein. Warum soll ich das traurig machen? Hat Dirk am Ende in einer geilen Truppe gespielt? Nein. Hat Kobe am Ende in einer geilen Truppe gespielt? Nein. Hat Jordan am Ende in einer geilen Truppe gespielt? Wenn wir ehrlich sind, nein. Natürlich gibt es Beispiele in der Geschichte, wo es ein bisschen anders war. Bill Russell hat Check am Ende in einer geilen Truppe gespielt? Auch eigentlich ehrlich gesagt nicht. Magic und Bird waren auch nicht mehr bei Truppen, die Meisterschaftsfavoriten waren. bei 91 war Magic noch in den Finals gegen die Bulls und dann verloren und dann kam ja leider seine HIV-Infektion dazu. Aber nein, es ist die NBA und der Profisport, der Mannschaftssport in der NBA ist halt einfach ist auf und ab, auf und ab. Mannschaften werden alt, werden gut, werden alt, werden schlecht. Und manchmal hast du halt dann Stars dabei, die am Ende dann eben auch schlecht sind. Und in der Welt, in der es kein Salary Cap gibt, könnte man natürlich die Teams weiter gut halten und investieren. Haben die Warriors ja auch über diesen Umweg zwischendurch schlecht zu sein ja irgendwie auch versucht. Aber es gibt eben nicht mehr das Ding aus den 60ern, wo Bill Russell am Ende immer noch an guten Truppen gespielt hat, einfach weil der gute Red Auerbach da die halbe Liga oder die ganze Liga ehrlich gesagt übers Ohr gehauen hat und Salary Cap gab es noch nicht. Es gab die Reserve Clause, all diese Nummern. Das ist heute alles nicht mehr eingebaut. Von daher, dass es am Ende bergab geht, ist einfach so. Aber macht mich das traurig? Nein. Ich freue mich darüber, dass es die guten Jahre gab. Und am Ende ist es eben auch ein, sag ich mal, ein goldener Käfig, den sich die Spieler da selber verhandeln. Also wenn ich einen Maximal-Deal oder einen Supermax-Deal unterschreibe für so wahnsinnig viel Kohle, dann heißt das natürlich auch, ich bin eigentlich superschwer tradbar und auch nicht tradbar zu einer Mannschaft, wo ich dann viel besser aufgestellt wäre. Nur mal ins Unreine gesprochen. Steph Curry sagt, Alter, Warriors, ganz ehrlich, mir habe ich das am Ende nicht vorgestellt, bitte trade mich. Dann muss das meine Mannschaft finden, die er das Gehaltsvolumen von Curry rüberschicken kann, damit er dann dahin geht. Und das muss ja auch ein Deal sein, der sich für die Warriors lohnt. Also es müssen ja schon Spieler kommen, die irgendwas können oder zumindest viele Draftpicks, aber wenn es viele Draftpicks sind, das wird ja keine schlechte Mannschaft sein auf der anderen Seite. Also wenn du so Vertrag unterschreibst, bist du eigentlich mehr oder weniger dann an die Jungs da gebunden. da muss man ja ziemlich blind sein, wenn man da mit über 30 Vertrag unterschreibt, über 4, 5 Jahre, sieht seine Kollegen sind ähnlich alt, da kannst du nicht erwarten, dass du am Ende immer noch um Titel mitspielst. Frag mal Dirk Nowitzki, von daher, das macht mich nicht traurig, das ist einfach eine Gleiterscheinung des NBA-Finanzsystems. Keine Ahnung, ein Ronaldo oder ein Messi, gut, jetzt sind die auch anders unterwegs, aber die können natürlich immer noch mit Ü30 irgendwo bei geilen Truppen in der Champions League spielen, weil das eben ein anderes System ist. Das ist in der EuroLeague ein bisschen anders. Senat Lacevic fragt, sind die Hawks beziehungsweise ihre Defense noch zu retten, wenn ja, ihr werdet gleich merken, jetzt kommt der Hawks-Teil. Ich war vor der Saison auch wahnsinnig vorsichtig, als es um die Hawks ging. Jetzt sind sie Rang 28 im Defensiv-Rating und gut vorne sind sie Vierter, hat so ein bisschen auch Mavs-Vibes, aber man fragt sich natürlich so ein bisschen, haben die nicht, haben die noch der John-Temurie, ist der nicht ganz gut defensiv, die haben doch die Andre Hunter, die haben doch Clint Capella und Jakob Kongo, warum läuft das eigentlich nicht? Und ich will nicht immer alles bei Trae Young abladen, aber für mich ist eher so eine defensive Sollbruchstelle, wo ich immer sage, wenn du den hast, wird es einfach auch nicht wirklich gut laufen. Ich will nicht alles bei ihm jetzt hinterlassen, aber ich bin einfach kein Fan von seinem Spiel defensiv, weil er einfach so Hanebüchen schlechter ist seit Jahren. Das hat sich vielleicht ein bisschen gebessert, das möchte ich nicht bestreiten vielleicht, aber am Ende des Tages, nein, das ist nicht geil. Harten sind schwerer Spielplan bisher, ja, sind Rang 7, Strength of Schedule, aber mit so einem Spieler drin, ja, ist es einfach auch wahnsinnig schwer, da dann gegenzuhalten. Von daher, nein, das klingt jetzt super negativ, aber nein, ich glaube, man sollte schon besser verteidigen können als Platz 8, oder 29, auch mit Trae Young. Aber am Ende des Tages ist es einfach schwierig da. Ich dachte wirklich, dass Leute besser laufen mit Quinn Snyder, ein ganzes Trainingslager und so, aber ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft auch nicht so hundertprozentig zusammenpasst in all dem, was sie da haben. Aber das will ich vielleicht auch da bewenden lassen, weil ich einfach keine richtige Antwort habe, ob sie zu retten sind, weil ich einfach nicht weiß, wie. Aber Marco Leska hat eine Frage und ich würde sagen, die Frage war, genau das ist meine unpopular Opinion seit 2021, was sagst du dazu? Dann musst du auf ein Video klicken und das Video war auch anscheinend von einem Podcast, glaube ich, wo Trae Young auftritt und gefragt wird, 2021, bla bla bla, du verletzt dich damals in der Serie gegen Milwaukee, bla bla bla, wie wäre das geworden und so damals und der sagt, ja, ich weiß nicht, wie es das genau Zitat war, aber so nach dem Motto, ja Mann, da denke ich andauernd dran, wenn ich ihn nicht verletzt hätte, wären wir damals Meister geworden. Und als ich das gehört habe, also kennt ihr das, wenn ihr so ein bisschen, keine Ahnung, stoßt so auf und es kommt ein bisschen Magensäure in den Mund, das war meine Reaktion auf dieses Statement, weil ich so dachte, Moment mal, ey, bin ich doof? Also, na klar, dass ich verletzt damals, aber ich weiß auch nicht mehr genau, in welchem Spiel, aber ich war es nicht im ersten, zweiten, ich weiß, das war eine Serie, die so ein bisschen hin und her ging, da hatte Milwaukee sich auch noch nicht so hundertprozentig als Team gefunden und ich habe es auch nochmal aufgerufen, also Atlanta hat 1 zu 0 geführt, dann 1 zu 1 durch Milwaukee im absoluten Abriss von Atlanta, dann haben die Bucks Spiel 3 gewonnen, haben dann 2 zu 1 geführt in Atlanta in einem Abriss 2 zu 2, dann schlägt Milwaukee Atlanta mit 11 in Spiel 5, da ist dann der gute Trae Young nicht dabei, okay, das war natürlich schwierig dann und dann in Spiel 7, äh, Spiel 6, sorry, gewinnt Milwaukee dann mit 11 und ja, da spielt Trae Young wieder, aber spielt schlecht, auch nichts so anderes zu erwarten, glaube ich, er knickt damals hier um, wirft 4 von 17 nur, ähm, so, aber jetzt daraus abzuleiten, wenn Trae Young dabei gewesen wäre in Spiel 5 und Spiel 6, dann hätten die Hawks auf jeden Fall die Serie gewonnen, da muss ich sagen, das, also, ich kann mir das einfach nicht erklären, also klar, damals unter Mike Budenholzer die Bucks unstabil oder instabil, eher gesagt, haben dann ab und zu auch mal ein paar Anwandlungen so, dass sie nicht checken, was sie eigentlich offensiv machen müssen und defensiv sind sie natürlich in ihren, sag ich mal, sie stecken in ihrem Morast fest, dass sie dann immer mit der Drop Defense agieren und dann natürlich gegen die Drop Defense, da freuen sich dann Leute, die aus der Distanz ein bisschen werfen können, vielleicht wie ein John Collins, freut sich auch jemand wie Trae Young, dass er viel Platz hat, wenn er hochgehen kann, aber, nochmal, du hast damals Trae Young gehabt, du hast Kevin Hurt noch gehabt, der auch in diesem sechsten Spiel ein ziemliches Desaster ist, auf der anderen Seite stehen, Drew Holiday steht Chris Middleton, da steht ein Yannis, also ich tue mich wahnsinnig schwer, genau, Yannis war damals ja auch in Spiel 6 nicht dabei, wie ich gerade sehe, der war ja auch zwischendurch raus, also, nein, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wenn es hart auf hart kommt, dass diese Mannschaft damals der Hawks, die natürlich vorher Philly schlägt, das ist die Nummer damals gewesen mit Ben Simmons und diesem Korbleger und den Freibürfen und so, wo aber der zweitbeste Spieler im Endeffekt Seth Curry war, hinter Embiid, die hat die vor, die Knicks schlagen, aber die Knicks hatte ich auch damals kein Überteam, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die dann, wenn es hart auf hart kommt, auch gegen die Mannschaft in Milwaukee, die noch nicht so richtig fest waren, der erst dann in den Finals irgendwann wirklich findet, was sie da haben, dass die diese Serie gewinnen und dann auch noch Meister werden gegen Phoenix, also das kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen, dafür ist Trae Young einfach zu schlecht defensiv, ehrlich gesagt. Una14 fragt, wie werden die Celtics in 15 oder 10 Jahren aussehen, werden sie weiter mit dem Duo Tatum und Brown agieren, wenn Holiday, Hoffer und Paul Singes weg sind? In 5 bis 10 Jahren, das kann keiner euch sagen, keiner, also wie wollen wir das, NBA-Verträge laufen in der Regel, also maximal laufen die 5 Jahre, Jason Tatum ist 25 gerade, Jaylen Brown ist 27, in 5 Jahren würde ich mir schon sagen, sind die beiden noch da, Holiday damit 38, wahrscheinlich nicht, Bo Singes ist dann 33, aber wir sagen, wahrscheinlich ist der dann noch dabei, aber das können wir überhaupt gar nicht, also in 5 Jahren, keine Ahnung, in 10 Jahren, schon mal überhaupt gar keine Ahnung, also, nein, keine Ahnung, wissen wir alle nicht, wir wissen nicht, wen sie draften, wir wissen nicht, wann die Spieler in Rente gehen, das ist einfach überhaupt gar nicht, also was man sagen können, dass sicherlich Al Hofer in 5 Jahren nicht mehr spielt und Holiday wahrscheinlich auch nicht, aber der ganze Rest, wie sie das dann regeln, who knows, kann man jetzt, also ist die Frage so gemeint, traden die dann Tatum oder Brown, eventuell macht das vielleicht Sinn, aber kann man denn, wenn man jetzt zum Beispiel Brown, Tatum tradet man nicht, kann man wenn man Brown tradet erwarten, dass man 2, 3 Spieler bekommt, die ihn irgendwie besser machen, who knows, also das ist Ding, wir können in der NBA nicht 5 Jahre nach vorne schauen, ehrlich gesagt, Ant185 fragt, kannst du mir folgende Dinge erklären, Spot-Up-Shooting, Net-Rating und Pace, gar kein Problem, Pace ist, man guckt auf, man guckt sich die Teams an und rechnet einfach aus, auf, wie schnell spielen die Basketball, also im Endeffekt wird geguckt, wenn, weil ich kann natürlich gucken, wer macht die meisten Punkte in der Liga, wer macht dies, macht erst mal jenes, aber man will halt auch bestimmte Sachen vergleichbar machen und Pace ist da halt ein so ein Punkt, aber Pace geht man einfach hin und die Formel ist folgendes, 48 mal Team Possession, also Team Ballbesitze, plus den Ballbesitz des Gegners und dann zweimal die Team Minuten, die gespielt wurden, geteilt durch 5. Also klingt im Endeffekt sehr kompliziert, ist es einfach gar nicht, im Endeffekt Pace misst die Spielgeschwindigkeit, das kann man sich merken, wenn man sehen kann, diese Mannschaft spielt schnell, die schließen schnell in der Wurfruhe ab, die produzieren mehr Ballbesitze, das ist eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Erklärung und dann kann man halt sehen, das Team spielt langsam, die tragen den Ball nach vorne, die spielen so wie Fastbreak und so, also da schließen die so schnell ab in der Uhr, früh in der Uhr, das ist alles, was hinterher verbirgt. Net Rating ist im Endeffekt das, dass man guckt, okay, ein Team mit einer hohen Pace macht vielleicht viele Punkte und ein Team mit einer langsamen Pace macht vielleicht weniger Punkte, aber welches ist denn jetzt die bessere Offensive oder Defensive? So, und deshalb hat man das Net Rating, dass man guckt, auf 100 Ballbesitze wird hochgerechnet, wie viele Punkte macht ein Team, aufgrund der Zahlen, die sie aufgelegt haben, und wie viele Punkte kassiert denn ein Team auf 100 Ballbesitze gerechnet? Das wird dann dann genormt und diese beiden Werte werden halt voneinander abgezogen, also von der Offensive oder der Defensive abgezogen, sieht man, es ist positives Net Rating, heißt, macht man im 100 Ballbesitze mehr Punkte als der Gegner, super, macht man weniger Punkte als der Gegner, nicht so super. Spot-up-Shooting ist ganz schnell erklärt, Spot-up-Shooting ist halt, ich habe den Ball nicht in der Hand, ich stehe auf dem Flügel, also jemand zieht rein und passt dem Ball raus oder ich kriege den Pass einfach so, ich passe, kriege den Ball und ich Spot-up, ich nehme direkt Maß und schieße drauf, also ich schieße im Endeffekt auf dem Stand, ist es anders als Catch-and-Shoot, Spot-up-Aktionen, wie sie bei Synergy zum Beispiel erhoben werden, da gehen aber auch dann so, also Ballfang, Fake, zum Korb gehen mit ein, aber Spot-up-Shooting wird in der Regel so definiert wie, ich kriege den Pass und werfe dann, oder halt, ich kriege den Pass ein, dribbling und ich werfe, obwohl, das ist nicht ganz genau definiert, ich würde Spot-up-Shooting immer so benutzen, das ist quasi wie Catch-and-Shoot ist, also ich stehe im Stillstand, kriege den Ball und werfe. Simon Say fragt, Shoei Otani hat den lukrativsten Vertrag aller vier großen Sportligen abgeschlossen, Erklärung, japanischer Baseballspieler, der jetzt zu den, von Anaheim Angels zu den LA Dodgers geht. Laut Spox liegt er damit deutlich vor Brown aus der NBA, also Jay Brown und Patrick Mahomes aus der NFL. Warum liegt der teuerste Vertrag der NHL nur bei 9,5 Millionen und stammt aus 2008? Hätte geschätzt, dass die vier Ligen auf Augenhöhe liegen müssen. Nein, überhaupt gar nicht. Die vier Ligen haben, also NHL, NBA, NFL und MLB, also Major League Baseball, haben nichts miteinander zu tun. Überhaupt gar nichts. Jeder gibt sein eigenes CBA. Bei dem einen gibt es Maximalverträge, beim anderen gibt es keine Maximalverträge. Es gibt Supermax-Verträge, beim anderen gibt es keine Minimalverträge, da gibt es verschiedenste Regelungen. Die Regelungen machen sich alle Ligen selbst und da immer collectively bargained, also verhandelt von den Teambesitzern, der Liga, das ist nämlich die Liga und der jeweiligen Spielergewerkschaft. Shoui Otani ist sogar ein ziemlich krankes Beispiel, dass er einen 10-Jahres-Vertrag bekommen hat, über 700 Millionen Dollar. Von diesen 700 Millionen Dollar, wenn ich es richtig gehört habe, nur 680 Millionen ihm ausgezahlt werden in diesen 10 Jahren, sondern das wird ihm danach ausgezahlt, was im Endeffekt einen tollen Vorteil hat. Die 20 Millionen, die er für die 10 Jahre bekommt jetzt quasi, ich glaube es sind nur 20, das ist das Einzige, was gegen die Luxussteuergrenze da zählt und das Geld, was danach bezahlt wird, das zählt halt nicht zu. Was natürlich auch im Basketball gar nicht gehen würde, weil wir ganz andere Regeln haben. Also wie gesagt, die haben nichts mehr mehr zu tun, komplett andere Regeln. Juta04 fragt, wie jeder andere Sport entwickelt sich der Basketball auch weiter. Welche Fähigkeiten denkst du, sollte der zukünftige optimale NBA-Spieler haben und wie sollte sein Spiel aussehen? 2,11 Meter große Spieler, die dribbeln und werfen können, zählen nicht. Am Ende des Tages ist es so, dass wenn man jetzt rein von den Skills anspricht hier, also nicht von irgendwelchen athletischen Voraussetzungen, dann sollte man, also nicht schon rausziehen, sondern von schnell laufen, hochspringen etc., dann sollte man an den Punkt kommen, dass wir irgendwann, dass jeder alles kann. Also dass jeder Spieler dribbeln, werfen, passen, cutten, einfach rundum basketballerisch ausgebildet ist. Das ist vielleicht eine relativ simple Antwort, aber das, da geht es hin, wenn wir von Positions und Basketball sprechen, und wir sprechen zum Beispiel von 3&D-Spielern, das ist ja schon wieder einen Blick auf den Schritt zurück, also wir wollen ja eigentlich jetzt 3&D und in der Lage, attackiere den, Closeout, Dribble rein, ziehhilfe, pass den Ball wieder raus. Also das sind so Sachen, das will man. Das Endziel, dieser große Punkt, wo wir alle, wo es hingehen sollte, ist, dass das alle alles können verteidigen, aber ob man da jemanden hinkommt, gute Frage, wahrscheinlich eher nicht. Felix, Prime Sheck oder Prime Kobe, wer wäre in der heutigen NBA der bessere Spieler? Besser ist kein Wort, was man da benutzen könnte, benutzen sollte, weil das nicht definierbar ist. Beide würden die Liga dominieren, gar keine Frage. Sheck wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, weil ihm so ein bisschen die Gegenwehr fehlen würde, außer jetzt von Embiid und von Jokic. Sicher hätte er defensiv dann ein bisschen mehr Probleme. Auf der anderen Seite, Drop Defense ist ja durchaus immer noch Spielbar heutzutage, das wäre er dann, er hätte wie ein großer Kandidat für. Er bräuchte auch gar nicht den Dreier, was viele immer so denken, sondern er würde einfach unterm Korb alles zerbiesten, was da irgendwie rumläuft. Kobe würde einfach sein Spiel spielen, er würde sich freuen, dass er noch mehr Platz hat natürlich. Wären beide überragend. Wen ich lieber in meinem Team hätte, wenn das die Frage ist nach besser, wahrscheinlich eher Kobe, weil für den wüsste, der gibt mir konstant mehr und selbst wenn Sheck der dominantere Spieler wäre und ich nicht unbedingt mit Kobe mehr Meisterschaften an sich gewinne, würde ich aber eher mich für den Spieler entscheiden, der körperlich auf sich aufpasst und nur ein Prozent gibt als den, der dann doch einige Jahre so ein bisschen es hat sehr erschleifen lassen. Mark Farmer fragt, Juan Nunez aus Ulm, NBA-tauglich oder wieder als zu klein und leicht befunden, zählt IQ, also Basketball IQ nicht mehr und Game Vision? Ich wüsste nicht, dass der irgendwo durchgefallen ist und zu klein und leicht befunden wurde. Ich weiß, dass einige jetzt Scouts ja wohl da waren, aber ich habe nirgendwo gelesen oder gehört, dass da irgendwas jetzt, dass irgendwie über ihn jetzt gerichtet wurde. Von daher weiß ich gar nicht, warum das jetzt so sein sollte. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum man 1,92 und 86 Kilo, das ist zumindest die offizielle Angabe auf der BBL-Seite, warum das jetzt zu klein und zu leicht sein soll, wenn man sich anguckt, wer heutzutage in der NBA-Point-Guard spielt. Also es gibt ja auch einen Grund, warum die Scouts da hinkommen. Die kommen ja nicht dahin und sind überrascht, wie der ist nur so klein, wie der ist so dünn. Die können ja auch lesen, auch wenn sie vielleicht kein Deutsch können, aber die können sich schon auch bei Fieber.com angucken, wie groß die Spieler sind. Und dass Basketball-IQ und Spielübersicht nicht zählen, also ich wüsste jetzt nicht, dass sich das in den letzten Jahren, ich meine, ist Kilian Hayes nicht aus Ulm in die NBA gekommen? Warum haben sie den denn genommen, wenn Spielübersicht und IQ nicht zählen? Also ich glaube, wenn das wirklich deine Meinung ist und dein Denken, dass die NBA ja nur auf die Athleten und die Länge setzt und sowas irgendwie tal außen vorlässt, weiß ich nicht, dann bist du vielleicht, also das ist vielleicht ein bisschen altes Denken, ehrlich gesagt. TJ Laser fragt, Shay Gildress Alexander gewinnt den Athlete of the Year in Kanada als Bronzemedaillengewinner und Dennis Schröder ist als MVP des Turniers und Weltmeister nicht mal für den Sportler des Jahres nominiert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu jetzt fragen soll. Was ist deine Meinung dazu? Ist mir egal, ehrlich gesagt. Ich glaube, in Deutschland geht der Sportler des Jahres ja traditionell eher an Einzelsportler. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht so ein Agreement gibt, dass man eigentlich da auch den einzelnen Spieler nicht überhöhen will über die Mannschaft. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wer das wählt. Sind das Journalisten? Ich weiß nicht, sind das die Leute. Ich denke, die deutsche Barstum-Mationalmannschaft muss Mannschaft des Jahres werden. Also ich glaube, da führen keine drei Wege dran vorbei. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es irgendwie irgendeine Handballmannschaft gewonnen hat. Da bin ich nicht so tief nur drin, ehrlich gesagt. Aber das war die deutschen Barstum-Partner, die es ja geleistet haben. Ich denke, also wenn es da was Vergleichbares gegeben hätte im deutschen Sport, das hätte ich sicherlich mitbekommen, auch wenn ich natürlich zu mir Fachidiot bin. Aber was den Awards dafür angeht, für Sportler des Jahres ist mir ziemlich egal. Das ist toll, wenn man sich den Schrank stellen kann, genau wie den Bambi. Aber ich denke, das sind so Geschichten. Das weiß ich nicht. Das ist mir wirklich einfach ehrlich gesagt total egal. Ich weiß nicht, wie es bei Dennis Schröder aussieht oder bei anderen Leuten, aber deutsche Mannschaft Mannschaft des Jahres sicher, da wird für mich kein Mieter vorbeiführen. Wie gesagt, Sportler des Jahres. Ich kenne die Kriterien, ich weiß nicht, wie alles zur Wahl steht. Ich weiß nicht, welche vielleicht Schützen oder Schwimmer oder sonst wer, aber die sich etwas Überragendes geleistet haben. Keine Ahnung. Es gibt ja andere Weltmeisterschaften und ist dann vielleicht jemand, der alleine irgendwo steht und dann Weltmeister wird und vielleicht ein mega Außenseiter war, höher verdienter als jetzt einer von der Mannschaft. Das kann ich alles nicht beurteilen, aber wie gesagt, das ist mir eigentlich auch ehrlich gesagt total egal. Svenow fragt, warum machst du eigentlich nicht mehr Frauen Basketball-Content? Würde gerne mal ein paar Shows wie mit Marie hören, also Marie Gülich, ist da was geplant? Mit den Sabayis haben wir ja Frauen auf Top-Niveau, die sich anbieten würden. Nicht nur mit den Sabayis. Ich habe ja auch schon einige Sachen mit den Frauen gemacht. Satu Sabayi, da habe ich glaube ich zweimal Anfragen gestellt, das sind beide mal und dreimal sogar irgendwie alle nicht, sind jetzt nichts gelaufen so. Aber ich werde sicher die nochmal Anfrage stellen, das ist ja glaube ich gerade in China, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber es ist immer halt ein bisschen schwierig. Also ich will mit Leuten oft auch gerne, wenn wir sprechen, auch Face-to-Face sprechen, jetzt ist Marie, glaube ich, immer noch in Valencia. Ich war, im Februar wollte ich eigentlich, als die Mösenhauptschaft in Wolfenbüttel war, wollte ich hin, das hat dann gar nicht funktioniert mit Kind krank und selber krank und so. Aber das ist immer mal, natürlich Thema immer mal geplant. Wir haben ja auch bald ein großes Event in Deutschland. Aber es ist auch jetzt nichts, wo ich denke, das muss jetzt, also ich muss ja irgendwie jeden Monat einen Termin machen oder so. Es ist ja eh, ich muss eher wie jetzt, ich ärgere mich auch so, weil ich einfach jetzt zuletzt auch die Premium-Sachen habe schleifen lassen mit den Interviews. Da wird jetzt auch wieder mehr kommen im neuen Jahr, vielleicht sogar noch zwischen den Jahren. Und kann gut sein, dass ich mal wieder mit Marie so telefoniere, aber das ist eigentlich im Endeffekt Hauptgründ, dass die allermeisten halt hier sind wegen der NBA. Das ist mein, das ist Burton Butter hier. Und wenn es sich dann mal anbietet, mit welchen von unseren echt tollen Basketballerinnen zu quatschen, dann mache ich das natürlich auch gerne und habe ich ja auch schon oft genug gemacht. Von daher mal gucken, wenn man sich nächstes Mal da die Möglichkeit bietet. Hans K. fragt, würde es zu den Olympischen Spielen in Paris auch eine Sportreise für die DBB-Spiele geben, wie schon bei der WM? Das musst du in DBB fragen. Das war alles eine DBB-Reise, da habe ich ja im Endeffekt dem Sinn nichts mehr zu tun gehabt. Ich bin da auch nur mitgefahren und das war das gleiche Reisebüro, was ja auch meine NBA-Trips organisiert, aber das macht der Deutsche Basketballbund. Also da einfach die Anfragen stellen. Milja fragt, wie geht es denn mit reduzierter Workload, merkt es einen Unterschied? Ja, merke ich auf jeden Fall. Die Wochenenden sind frei, was mir einfach sehr, sehr viel hilft. Ich glaube, das kann man jetzt nicht so sehen, aber hier, glaube ich, von meinem Höchstgewicht bin ich jetzt 12 Kilo runter. Ich hoffe, dass wir am Wochenende nicht mal den Dank mit 50 hinbekommen hier draußen, wenn es angeblich sollte es mal nicht regnen. Nee, mir geht es gut. Aber ich habe letztens auch einem Kollegen gesagt, dass ich immer noch vorsichtig bin, weil ich habe auch so ein paar Situationen wieder gehabt, wo es ein bisschen schneller irgendwie geaufgebraucht bin, wo ich dachte, hey, jetzt eigentlich ist gar nichts passiert. Längst nicht so wie im Sommer, gar keine Frage, aber man ist da immer noch vorsichtig und ich habe das verglichen mit so einer Wadenzerrung, dass du dir, du zerhst die Waden, denkst, oh, scheiß, tut weh und dann machst du eine Woche nichts oder zwei und denkst, oh, das sieht eigentlich schon ganz gut aus, gehst du zum Training, machst dich vorsichtig warm, tritt es wieder an und zack, hast du es wieder hinten drin. Von daher bin ich da nach wie vor sehr vorsichtig, aber ich glaube, ich bin da auf einem guten Weg und jetzt muss ich immer gucken, dass ich so ein bisschen der nächste Step, so gesundheitlich ist, ist alles gut. Ich gehe dreimal eine Woche jetzt zum Sport. Ich habe die Eistonnen-Nummer da, die ich da kultiviert habe, die echt auch toll ist und mir echt auch hilft. Das mache ich ja vor allem auch wegen psychischen, kognitiven Geschichten. Und jetzt will ich zu Hause ein bisschen entschlacken, entrümpeln, Sachen, mir auch jetzt hier so schaffen, wo ich ein bisschen, soll ich das sagen, wo ich, wo das nicht so unruhig ist um mich rum, dass ich dann halt auch immer schon irgendwie so latent gestresst bin. Und ich habe mir einfach auch vorgenommen, dass ich mir nicht mehr so viele Sorgen mache. Also zum Beispiel jetzt mit dem Mac. So im Endeffekt ist es halt natürlich ein totales Passion-Project und dass wir das machen, das ist einfach wahnsinnig cool, das macht immer Spaß. Aber es stresst natürlich auch, wenn ich ehrlich bin, dass wir das jetzt, weil du immer denkst, okay, du hast einmal jetzt einen Hügel erklommen und dann kommt es raus und du freust dich. Aber du denkst halt schon, okay, jetzt kommt der nächste Hügel und der nächste ist jetzt Kobe und Kobe ist halt natürlich ein monumentales Thema, was man auf 180 Seiten abbilden möchte. Und dann gehen direkt die Gedanken wieder los und man denkt sich an, okay, wir müssen anfangen, müssen anfangen, was machen wir und so. Und das ist schon so ein bisschen auch ein Hetzen, auch wenn es natürlich längst nicht so hektisch ist wie die Five. Aber ich merke dann halt auch oft, dass ich denke so, ich brauche eigentlich noch ein bisschen mehr Zeit, um mich mir entsetzende Gedanken zu machen. Gleichzeitig denke ich mir, ah fuck, eigentlich müsste ich hier das, dies und jenes, eigentlich müsste ich jemanden finden, der die Videos hier von dem Podcast auseinanderschneiden und bei YouTube hochlegt, dass wir noch mehr Leute erreichen, dass wir noch mehr Sachen damit verkaufen, weil natürlich an dem Heft hängen ja auch andere Leute, die da jetzt auch viel Zeit investieren, die auch ein bisschen natürlich auf die Einnahmen hier angewiesen sind und eigentlich müsste ich viel mehr Werbung noch für das Heft machen, eigentlich müsste ich jeden Tag was tweeten und so darüber. Und dann manchmal denke ich so, ich denke so, chill doch down und es läuft doch. Aber es geht ja noch mehr und da glaube ich, muss ich noch ein bisschen mehr mich erden und runterkriegen, noch mal eine bessere Routine bekommen. Ich will jetzt auch so ein bisschen hier so dieses, da sind jetzt kein Journaling an sich, so Timeboxing will ich jetzt machen. Da sind so Sachen, da arbeite ich weiter an mir, das ist auch jetzt kein, das ist auch nichts, das war mir auch klar, dass nichts, woran es damit getan war, zu sagen, ich mache jetzt sechs Wochen, acht Wochen keine Zone. Und ja, von daher bin ich am guten Punkt, ich freue mich auf die Tage, die ein bisschen ruhiger werden, jetzt hoffentlich auch zwischen den Tagen und dann noch mal ein bisschen, wir waren sogar auf dem Weihnachtsmarkt hier in der Autostadt, in unserer kleinen, eigentlich wollten wir da mindestens zwei Mal die Woche Eislaufen gehen, haben wir auch noch nicht geschafft, aber Wetter war auch nicht gut. Von daher, ne, ich rede schon mehr zu viel über solche Geschichten. Ne, mir geht es gut, fassen wir uns so zusammen, bin auf einem guten Weg, fühle mich gut. Vielleicht gibt es am Wochenende den Dank mit 50 endlich. Ja, das war es noch. Vielleicht noch einmal die Kamera halten, wo ich gerade schon von Werbung spreche, weil ich die viel zu wenig mache. Bestellt euch das Ding. Es ist jetzt auch schnell bei euch, hoffentlich. Wenn ihr es schon bekommen habt, postet es gerne überall. Ich bin es auch bei Threads übrigens, glaube ich, wie alle, die bei Instagram sind. Vielleicht sehen wir uns ja auch da. An euch, schon mal ein schönes Wochenende. Wir sprechen uns dann ganz bald wieder und dann, ja, würde ich mich freuen, wenn euch das Heft Spaß macht. Schickt mir auch gerne eure Gedanken dazu. Und nochmal der Hinweis, die Aktion mit den Videogrüßen, das mache ich alles nächste Woche. Ich denke mal, so Mittwoch peile ich da an. Wenn ihr auch denkt, hey, ja, ich habe jemanden oder ich selber möchte ganz gerne von dir eine personalisierte Grußbotschaft haben, gar kein Problem. Schickt mir eine Mail an dreiatgatnext.de. Ich habe zwei Spenden Ziele definiert, die packe ich auch in die Beschreibung unten rein. Die Tafel in Wolfsburg und das Tierheim in Wolfsburg, meine Mutter und unsere Tochter haben uns das ausgesucht. Finde ich cool, weil es um die Ecke ist. Alles, was ich machen müsste, ist einfach mindestens 5 Euro Spende, einfach mir die Überweisung zeigen, sagen, für wen das Video ist, irgendwelche Besonderheiten. Dann nehme ich das auf. Ich kriege dann so einen Retransfer-Link per Mail und dann macht das hoffentlich jemanden eine Freude oder jemand ist komplett enttäuscht. Da kann ich dann auch nichts für. Da ist ihr verantwortlich. Aber zumindest haben wir trotzdem was Gutes getan. In diesem Sinne. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.